Ähm... Lord Pappnase Hallo, ich bin's, Benjamin. Benjamin Blümchen. Ach ja, ich hätte fast verschlafen. Ich bin gerade so aus dem Bett gefallen. Danke dafür übrigens, dass du mir die Zeit zwischen den Jahren mit dem VOD-Kanal versüßt hast. Gerne, gerne. Das macht hauptsächlich einer meiner Mods, liebe Xeros. Ich hab keine Zeit, aber dankeschön, dankeschön. Xeros freut sich. Sonst geht's mir gut. Ja, ich hab halt schlecht... Also... Ich war halt gestern seit 20 Uhr wach. Hab dann... Ein paar Let's Play-Folgen aufgenommen. Äh... Harry Potter, PC-Version. Die erste ist auch heute online gekommen. Ähm... Dann hab ich ein paar Skripte geschrieben. Dann bin ich auf Arbeit gefahren. Bis 17 Uhr. Und jetzt hab ich noch zwei Stunden geschlafen. Und jetzt bin ich da. Das heißt, ich hoffe, dass der Energy Drink gleich reinballert. Das ist meine Hoffnung. Ne, heute wird ja auch entspannt. Das wird ein ganz entspannter Rando. Ganz entspannter Rando, wo sich alle... ...alle Pokémon in gute andere Pokémon entwickeln. Mein Kitzen Rando angefangen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Ich bin gerade ein Influencer. Wann geht's hier endlich los? Wir haben noch keine Zeit. Ähm... Pro... Pro Sub geht's natürlich eine Minute früher los. Wir sind jetzt gerade bei... ...22 Uhr 30. Schade. Äh... Das ist so eine Pappnase. Ich hol eine Pappnase. Es läuft doch alles schon. Hallo? Na? Guck, guck. So, ich muss gerade noch kurz gucken, ob ich hier auch alles habe. Discord-Einkündigung habe ich gemacht. So, ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Achso, ins neue Jahr jetzt, ne? Nicht, was ihr wieder denkt. Oh, Energy Drink jetzt reinballern. Okay. Gepriesen seien die Götter für ihren Holden-Trank. Äh, was? Pro Sub geht der Sub-Baton eine Minute eher los. Start in einer Woche. Ja, du, ich bin, ich bin... Ich bin ja... Ich bin ja ein Marktgenie, kann man ja sagen, ja? Marketing-Genie. So. Ich starte mal dieses, äh, sogenannte Pokémon, ja? Pokémon-Rendo. So. Für weitere Tipps zum Marketing kommt in die Gruppe. Ja, mal gucken. Ich hoffe ja, ich hoffe ja, dass das Harry Potter Let's Play einigermaßen funktioniert. Da, 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 das läuft. Oh, wie sehen denn meine Haare aus? Ich wollte eigentlich vorm Stream noch kurz, kurz duschen. Damit ich für euch hübsch aussehe, aber das, äh... Ihr müsst jetzt so mit mir Vorlieb nehmen. So. Nämlich. Schon Schlimmeres gesehen. Ich nehm das als Kompliment, I guess. Oh. Bei der Musik fällt mir immer ein, wie, wie unverschämt gut Rayman Legends war. Wie unverschämt gut Rayman Legends war. Meine Fresse. Das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Ah, 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 das, das hat, das tut weh, Bayern. Ah. Das tut so weh. So. Wechseln wir hier mal rüber, ne? Schaut mal. Das sieht sogar fast richtig aus, glaube ich. Ja. Wird schon passen. So, lasst uns weiter in die Welt der Pokémon. Wir haben das letzte Mal Bianca siegt. Die konnte ja, Gornix konnte die. Gornix. War ja richtig scheiße. So, äh. Auf irgendwie drei. So. Und. Das bedeutet jetzt, wir können, glaube ich, weiter, ne? Pling. Und nein, wir haben Bianca zum Weinen gebracht. Zurecht mit ihrem scheiß Milch-Tank, ey. Ah ja, wir kriegen einen Basis-Orden. Zurecht mit ihrem scheiß Milch-Tank, ey. Und jetzt, wir kriegen einen Basis-Orden. 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 Okay, 45. Okay. Okay. So konnte ich die letzte Stunde nachholen, sehr gut, Mut, Will. Ja, mir fehlen viele alte Klassiker auch. Mir fehlen... Hier ist übrigens noch eine Maus im Bild. Hier, Bianca ist so richtig eine Basic... Moment. Bianca ist so eine richtig Basic... Also, ich habe nichts Böses gesagt. Das denkt ihr euch nur. Ich habe nichts Böses gesagt. Ja, die alten Klassiker. Rayman fehlt mir halt echt. Was ich echt sehr, sehr schade finde. Rayman ist ein Verlust. Finde ich. Rayman war so... Einer der besten Plattformen. Charaktere. Ah, das kenne ich jetzt ein bisschen Klassiker. Nein, aber ich kenne obskures PC-Spiel Nummer 135. Was für ein... Welche obskure... PC-Spiele soll ich denn kennen? Seppo. Mach... Mach mal... Mach mal Beispiel. Mach mal Beispiel. Ich hole mir jetzt übrigens das Fahrrad. Das war doch irgendwo hier, oder? Fahrradladen. Ja, ja. Es kommen keine Kunden. Schlimm, schlimm. Na klar mache ich Werbung für euch. Genau so laufen übrigens Sponsorgespräche... Im Streaming-Gewerbe ab. Genau so. AMD kam auf mich zu. Ja, Alter, ich hab keine Kunden hier auf Twitch. Mach mal Werbung Nase. Genau so lief das. Ich sag's euch. Ich würd euch nicht anlügen. Ray Shadow Legends. Ey, es ist... Es ist halt so traurig, ne? Was... Was Ray Shadow Legends für Summen ausspuckt. Diese blöde moralische Kompass, ne? Ich wär direkt bei Ray Shadow Legends, NordVPN und was weiß ich nicht dabei. Diese Summen sind völlig absurd. Ja, ey, wir haben ne schickige Kanne. Warum will AMD Fahrräder verkaufen? Das hab ich jetzt nicht verstanden. Das ist so... Das ist so furchtbar, ey. Was die für Summen rausballern. Furchtbar. Das spielen scheinbar, Melchizeppo, ja? Oh, ein Zubat. Ich glaub, das ist das erste Mal, dass wir ein Zubat sehen in den Run. Alter, my body is ready. Das wollen wir ja mal sehen. Ja, haha. So, Samul braucht noch ein Level. Dann sehen wir, ob Samul im Team bleibt. Oder ob Samul für immer vergessen wird. Kamera-Kauz. Oh ja, ein Erinnerungsfoto. Let's go! Ach, wie cool. Ach, wie cool. Da reihen sich alle Pokémon auf, die man da... Ach, das ist ja geil. Das ist ja Schnufte. Oh, ein Doppelkampf. Ähm. Mit wem will ich denn da kämpfen? Äh, mit Avalarion, glaub ich. Ach, Seppo, wir haben sogar... Seppo, du bist ja schon im Team. Stimmt, weil wir Niersch zurückgelassen haben, bis wir einen Plattstein haben. Dumm, 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 dumm. Ach nee, ist gar kein Doppelkampf. What? Hut, hut, hut. Hi Omi, hi Viking Zekke. Dankeschön. Dankeschön. Ich wollte sagen Hallöchen. Ich bin noch nicht ganz wach. Ich hatte nur drei Stunden Schlaf. Lasst mich. Dankeschön, Omi. Und alle. Dankeschön, alle. Hallo, Seppo. Dankeschön. Dankeschön, Seppo. Furchtbar. Oh. Ah, okay. Noch ein Kampf. Dann gucken wir. Ich bin so gespannt, was Samuel wird. Ich hoffe, das Training hat sich gelohnt. Ich hoffe, das Training hat sich gelohnt. Ach stimmt, Magneton hatte ja eine Weiterentwicklung. Die verdränge ich immer, dass es die gibt. Ich verdränge, dass es diese Entwicklung gibt. Es sieht aus wie ein UFO. Räumt. Konny, vielen, vielen Dank für den Follower, herzlich willkommen, Dankeschön. Magnet. Ich finde es nicht so... Also es ist eine der besseren Entwicklungen, aber... Ich hätte es nicht gebraucht. Ach ja. Ich hätte es nicht gebraucht. So. Samuel. Samuel. Wir glauben an dich. Wir drücken dir alle Daumen, die ich habe. Ist das ein Elektro-Ball? Oder ist das ein Voltoball? Das ist ein Voltoball. Das entwickelt sich nochmal. Wann entwickelt sich Voltoball? Hi Gummibär, grüß dich. Es ist ein giftiges Voltoball. Naja, so wie das guckt. Wann? 30? Really? 30? Okay. Dann trainieren wir als nächstes Seppo. Scheiße. So, Seppo kriegt mal das Glücksei. Der will 30. Naja, okay. Jetzt ist erstmal Seppo an der Reihe. Es ist übrigens immer noch nichts aus dem Ei geschlüpft. Ich möchte das nur mal anmerken. Ich habe die Hoffnung, je länger das Ei braucht, umso cooler ist das Pokémon, was rauskommt. So, Archeos. Gleichzeitig können wir auch noch Avalari und trainieren. Let's go. Ach, Klingblim hat, hat Schwebe. Das wusste ich natürlich. War ein Test. Wusste ich natürlich. Oh nein, Vodafone, Seppo. Aber wir trainieren doch gerade dich, Seppo. Ruf bei Vodafone an. Ein Entei. Nice. Los, Seppo. Also, ich finde, ich finde ja von diesen drei Katzen-Pokémon irgendwie nur Suikun. Ästhetisch. Ich weiß nicht. Ich finde die anderen beiden irgendwie lame. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Das sieht ja gar nicht aus wie eine Ente. Das stimmt. Ich glaube, Avalari ist tot. Oh, hat überlebt. Nice. Du bist selber lame. Es gibt ein Pokémon namens Hundemon, ja. Das entwickelt sich aus Fleckmon. Fast. Ja, ich habe jetzt Pokémonologie nicht ganz studiert. Ja, wusste ihr zum Beispiel, dass Rettern rückwärts Industrievertreter heißt? Ich würde halt, ich hatte ja sehr viel Spaß an dem Gothic-Eisberg-Video, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin halt schon die ganze Zeit überlegen, ob ich mich an ein Pokémon-Eisberg-Video wagen will. Zu Generation 1 erstmal. Also, erstmal zu Generation 1. So, ganz langsam vorantasten. Weil ich liebe ja Pokémon Gen 1 und 2. Schermaster, vielen Dank für 49 Monate Treue. Dankeschön. Weil wie viel, wie viel Fakten kannst du Gen 1 schon geben? Da fällt mir ein, Retter an Arbok. So, das war es aber auch. Und, und der Laster. Der Laster. Missing No. Ja, aber sonst gibt's nicht viel. Sonst gibt's nicht viel. Okay, das Kokowai. Wenn du Kokowai im Team hast, das... Das, das, das wusste ich auch lange nicht. Das, das, das Kokowai. Wenn du Kokowai im aktiven Team hast und ein anderes Pokémon ein Level-Up bekommt, während du Kokowai im Kampf draußen hast und dieses Pokémon einen Mondstein braucht, um sich zu entwickeln, entwickeln sich's trotzdem, weil Kokowai die selbe ID hat wie ein Mondstein. Das war's. Also, ich, ich finde im Deutschen, im Deutschen gibt's sehr wenig gute Iceberg-Videos. Der einzige Kanal, der, der meiner Meinung nach gute Iceberg-Videos macht, die ich jetzt kenne, ist von, von Schneile, heißt der, glaube ich. Der macht viel mit Nintendo-Eisbergs. Eisberg, Eisberg-Salat. Ähm. Aber sonst gibt's im Deutschen Bereich wenig gute Iceberg-Videos. Wenig. Eishat. Ja, und dieser gewisse Lockpuffler, der hat halt richtig gute, der hat halt ein richtig gutes Iceberg-Video. Das stimmt. Das ist korrekt. Ein guter. Ne, aber, aber... Sehe ich das eh nicht so, dass es wenig, wenig gute Iceberg-Videos gibt. Oh, fuck. Das war's mit Seppo. Ich würde zum Beispiel auch wahnsinnig gerne ein Iceberg-Video zum Bloodborne machen, aber ich glaube, dann drehe ich durch. Ich glaube, bei einem Iceberg-Video über Bloodborne, da bin ich dann auch irgendwann raus. A boodle. A boodle. Ja, gut. Was willst du über Risen erzählen? Risen ist ja lang nicht so tiefgründig wie Gothic oder Bloodborne. In dem Iceberg-Video kannst du sagen, wusstet ihr, dass es auch eine Süßigkeit namens Riesen gibt. Okay. Hi, Wuntyoo. Dir frohes Neues und Schatten dir auch. Hatte Parappa ein Iceberg-Video zu Terranigma gemacht? Ich weiß, dass der Parappa sehr, sehr gute Tiefenanalysen und Erfahrungsberichte macht. Ich liebe seine Erfahrungsberichte zu der Legacy of Cain-Serie. Die sind so gut. Die sind so gut. Und der macht ja auch gerade einen Erfahrungsbericht oder ein Videotagebuch zu der Original-Dragon-Ball-Serie. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Super, super spannend mit Details und Einblicke. Gucke ich wahnsinnig gern. Was bist du für ein Vieh? Ein Burma-Dame oder ein Burma-Damn? Ich glaube, ich glaube, es ist ein Burma-Damn. Was ist das hier überhaupt für eine Level-Kurve? Wieso sind hier Gegner Level 11? Fuck. Ich buddel mich ein. Los, Avalarion. Wenn man da vor der Arena durchrennt. Nö. Ich weiß, was du meinst, aber nö. Hat Pinzi eigentlich mittlerweile eine Weiterentwicklung? Oh, shit. Da. Warte, da. Warte, da. Moment. Hallo. Kühnchen. Ich bin noch nicht so weit. Es gibt Musik. Was ist das? Was ist das? D D D D D D Ich hoffe, ihr hört die Gitarre laut und deutlich. Still und klar, falls dem so ist, sing ich euch ein Lied, schnabend da. Ja, ihr müsstet eigentlich die Gitarre hören, ne? So. So, Moment, ich muss noch mein Musikprogramm öffnen. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Das Musikprogramm öffnet sich gleich. Ich hau euch die Birne weich. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Dann machen wir einfach einen Klassiker. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen in ihren Höhlen. Das sind sie zu Haus. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Lasst euch verzaubern von ihrem Geheimnis, der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Gemeinsam könnt ihr so viel mehr noch erleben. Kommt auch nur her und singt einfach mit. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. So, ich hoffe, ihr habt die Gitarre gut gehört. Wenn nicht, ist blöd. So, viel, viel lieben Dank für den Raid. Dankeschön. Jetzt habt ihr ein schönes gespielt. Relativ leist im Vergleich zu sonst. Sehr gut. Ich liebe es, wenn Technik funktioniert. Ja. Man muss mal den Pegel rausfinden, welcher gut ist. Oh, Elgin, den habt ihr gespielt. Jetzt war lauter. Ich hab nichts umgestellt. Es kann gar nicht sein, dass es lauter war. Egal, wie laut du Bach hörst, Karl hört lauter Bach. Jetzt, es kann gar nicht, es kann gar nicht lauter sein. Nein, ich hab nichts umgestellt. Nein, ich hab nichts umgestellt. Ich hab nichts umgestellt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Raid. Wir spielen gerade, äh, äh, Pokémon Rando. Wir spielen gerade einen, einen schönen Pokémon Rando. Es war laut. Ach, du bist lauter. So nämlich. Ja, wir spielen gerade einen wunderschönen Pokémon Rando und machen Quatsch. Wir machen Quatsch. Zeitlärm. Ist das nicht so eine Pialka-Dialka-Attacke? Finde gut, dass, dass die, die Attacken haben. Finde ich gut. Röms. Wieso nimmt das Viech überhaupt keinen Schaden? Aber Larion, hau mal ein bisschen kräftiger zu hier. Holy shit-roni. Kill it. Nice. Meditation. Was ist denn Meditation? Nee, brauchen wir nicht. So viel AP hat, kann nicht gut sein. Äh, was? Panflamme entwickelt sich auf Level 15? Oder hatten wir 16 erreicht? Okay. So, Seppo. Auf alle Fälle, zeig mal. Ob du dich in was Gutes entwickelst. Nein. Hat mal jemand einen Sonnstein? Ah, scheiße. Ah, ich brauche einen Sonnstein. Äh. Scheiße. Wo kriege ich jetzt einen Sonnstein her? Okay. Seppo kommt auf die Box. War eine schöne Zeit. Vielleicht hat deine Mutter einen. Ja, wir brauchen nur einen Sonnstein. Dann ist Seppo wieder drin. Seppo kann jederzeit wiederkommen. Auch nur einen Sonnstein. Ja, aber die Mutter kauft doch keinen Sonnstein, oder? Wenn ich vorstellen, dass das... Wieso? Achso, ich muss... Ich muss erst noch das Item nehmen, ne? Erst noch Seppo das Item wegnehmen. Da können auch Evolutionssteine dabei sein? Ach, krass. Ja, war... War eine schöne Zeit. So, was nehmen wir denn jetzt stattdessen mit? Was haben wir denn noch alles Schönes? Ach, in der Box sehe ich die Spitznamen gar nicht. Ach doch, da. Wir hatten noch einen Hut-Hut. Ähm. Wir könnten uns mal das Schaloko nehmen. Das entwickelt sich relativ früh, ne? Let's go. Ja, Level 10. Eben. So, und Avalarion geben wir mal das Glücksei, damit Avalarion mal ein paar gute Level macht. Hi, Niesh. Du bist nicht mehr allein auf der Box. Seppo hat sich zu dir gesellt. Seppo braucht nämlich einen Plattstein. Das Ei schlüpft. Oh mein Gott. Ah. 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 Es ist ein... Es ist ein Niesh. Ah. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ah. Toll. Ich freu mich. Ich freu mich. Naja, schade. Scheiße. Viel Spaß, Beatboy. Mich gibt's nur im Doppelpack. So, nehm ich jetzt... Nehm ich jetzt ein... Ein Larvi, ein Daedalus oder ein Slowpoke mit. Hm. Ich nehm mal ein Daedalus mit. Ich nehm die Pflanze. Knofenzer. Beide? Ein Dark. Dark. Vielen Dank für 37 Monate auf Stufe 3. Dankeschön. So, ähm... Genau. Dann trainieren wir mal Simanova. Bop, bop, bop. Ich mag, wie das hinterher woppelt. Bop, 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 bop. Woppel, woppel, woppel. Aha, du bist also Schulgirl. Cammy. Bop, 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 bop. Bisher hat sich irgendwie nur Bayern unter Wons bewährt, ne? Ich bin mal gespannt Ob sich aber Larion Auch in was cooles entwickelt So ich denke mir halt so Metacross Oder Mewtwo Mewtwo wäre geil Mewtwo würde ich nehmen Der erste Arbeitstag überlebt Und es ist noch nichts in Flammen aufgegangen Hi Piercy Von Flora Nein ich bin klein von Flora Ähm Jetzt ist ein Stufe 3 Also ich habe eingestellt Dass Wenn ich es richtig verstanden habe Dass es unendliche Entwicklungsstufen geben kann Piercy Vielen Dank für die 1000 Bits Dankeschön Vielen 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 lieben Dank Also zumindest wenn ich den Pokerando richtig verstanden habe Das soll ein Volltreffer Wie stark ist Glaciola What the fuck Kann das so viel Leben haben Das ist so ein krasser Tank Räumt 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 Was gibt es denn hier Okay Zieh einfach halt mal das komplette Leben ab Bitte Ähm Ich hätte dann aber gerne Plüsch Das halt wirklich Saumäßig hochwertig ist Also so eine 15 von 10 Und da habe ich noch kein Ich hätte gerne ein Evoli Plüschtier Irgendeine Evoli Form Irgendeine Aber ich hätte Also so eine richtig Krass hochwertige So als wäre es von einem Kind in China genäht worden Dass das schon 20 Jahre Berufserfahrung hat Oh You know Wow Hallo Hallo Man darf im neuen Jahr Das neue Jahr darf man auch mit einem bösen Witz beginnen Au Felinara Mh Ne also wenn Ein Evoli Weil Evoli ist ja auch cool Ein Aquana Oder Nachtara So Silmanowals Zeig mal was du kannst Nein Ah Okay Glückwunsch 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 Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Chat Immerhin entwickelt sich's schnell Also wir brauchen quasi ein Level up Dann haben wir's Ausgesetzt ich komme aus dem Kampf hier mal raus Weil ich will zum Pokémon Center Nein ich will nicht nächstes Pokémon Nein 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 Ah Das ist dumm Los Bayern wir fliehen jetzt Also Dann entwickeln wir mal das Kokuna Wenn sich das jetzt zu einem Safcon entwickelt Dann bin ich übrigens offiziell raus Es gibt eins für 160 bei Ebay Live-Size und gar nicht mal so Plüsch Ja ich weiß nicht Ja ich weiß nicht so So ein cooles So ein cooles Plüsch Plüsch Evoli Aber es muss halt richtig Richtig gut aussehen So richtig knuffig Schnuffig Und richtig flauschig Es muss richtig Flauschig sein So auf ne Flauschigkeitsskala Ne 15 10 Und 10 Neutropi Neutropi Okay Nicht die schlechteste Wahl Oh der hat mir schon wieder so ein Onlyfanspot was geschrieben Sind in einem Ebay Sind in einem Ebay Account versteckt In einem Ebay Link Oh gleich mal wegbannen Der heißt Pirchi Wir werden auch immer besser mit den Namen Furchtbar Ja ja Pokémon können sich theoretisch schon endlich oft entwickeln So wie ich den Rando verstanden hab beim Einstellen Außer es hat halt die Endentwicklung Von einer Entwicklungslinie Zum Beispiel Clurak könnte sich jetzt nicht mehr weiterentwickeln Ich weiß gar nicht ob der Rando das berücksichtigt dass man nicht lupen kann Also dass sich jetzt zum Beispiel Also dass sich jetzt zum Beispiel Kokuna in Safcon entwickelt und Safcon wieder in Shaloko Oh je Kokuna entwickelt sich Let's go Ist das ein Rabauts? Ist das ein Rabauts? Wie entwickelt sich denn Rabauts? Was hat ein Rabauts für Vorgaben? Einfach nur Level 20? Oh ich muss gleich mal gucken was Simanova jetzt für ein Typ ist Vorgabe sind die Stats für was er sich entwickelt Also je nachdem welches TV hat Haben wir ein anderes Rando Pokémon Oh je Okay Metronom Na dann hoffe ich Dass das Simanova sich in was Sinnvolles entwickelt Simanova muss sich jetzt einfach mal ein bisschen anstrengen Oh Sprudel Geil Ist hier kein Item versteckt? Das ist ja höchst skandalös Ah ein Stahl Rabauts Das passt sogar Ich kann nachschauen was es wird Nee Das ist ein Rando Das kann ich nicht Eins Nidoran Das ist gut Das entwickelt sich früh Oh bitte sei nicht tot Alles gut Wir fangen uns ein Nidoran Das braucht nämlich nur Level 16 Oh ich hab wenig Pockebell Ich muss mal wieder einkaufen Scheiße Ja ich hab mir Pierci ich hab mir deinen Link schon angeguckt Ich find die Nase ist so platt gedrückt Von dem Evoli Und das ist ein weirdes Blüttürxenom Das ist Das ist weird So das ist eindeutig Ein Dark Stony Dark Stonyo Dark Stonyo ist das Mehr passt nicht hin Mehr passt nicht Dark Stonyo Schade Also ihr müsst Ihr müsst halt auch drauf achten Wie ihr euch auf Twitch nennt Also das muss halt auch schon In Pokémon Namen passen Da müsst ihr schon drauf achten Das ist ganz wichtig Sag ich euch Ganz wichtig Ist das Au Da war uns Carried Oh Gott Da war uns Warum hast du so wenig Warum bist du nicht tanky Warum bist du nicht tanky Ja alles auf Angriff Geskillt Ähm Hi Das ist doch so ein Semi-Legendary Oder Ähm Avalarion regelt Du schaffst das Avalarion Ich find schön Das scheinbar ein Pflanzen-Pokémon ist Großer Fan Bis dann Tschüss Syndra Danke fürs Reinschauen Ja Äh Tschüss Avalarion War schön Oh Gibt weniger XP Als ich dachte Ehrlich gesagt Ich dachte Das gibt mehr Dieses scheiß Encounter-Rate Please Lass mich doch mal Zwei Meter laufen Oh Furchtbar Habe ich noch Beleber Mir war so als hätte ich noch ein Beleber-Item Beleber Ich bin mir nicht sicher Ob das ein Trainer ist Es ist ein Trainer Dum 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 Lazy Bob Ah guck mal Ein Pipi Ich hab noch Leber Kommissar Leber Na der Kommissar hat schon ein Buch Wer sie sind Alter geben die Alle wenig Erfahrungspunkte gerade What the fuck Wie soll ich denn da trainieren Ich hab dieses Pokémon In meinem Leben noch nicht gesehen Was ist das Ist das ein verunglückter Schmetterling Wo Ich weiß nicht mal aus welcher Generation das ist Gen 4 Oh Avalari und Aurora Strahl Oh gut Mach mal für Guillotine Trifft eh nie Ich glaub Guillotine hat noch nie getroffen Let's go High Strokes Lichtschild Lichtschild Okay Dann gehen wir mal ins Pokémon Center Und dann geht's weiter Richtung Norden Nach Teak City Auf dem Weg nach Teak City Was qualifiziert denn ein Zuschauer Ein Pokémon zu werden Ähm Also Erstens Er muss besonders hübsch sein Was ihr alle seid Dann besonders intelligent Was ihr auch alle seid Viel Geld donaten Viel Geld donaten Ah jetzt geh ich mal Mutter ran Äh nee Äh zu dem Zeitpunkt wo ich halt ein neues Pokémon fange Muss ich euren Namen im Chat lesen Also Also Ja Mehr ist es eigentlich tatsächlich nicht Und ihr solltet einen Namen haben Den man schreiben kann Also es ist relativ unwahrscheinlich Wenn ihr was Wenn ihr was anstößiges im Namen habt Wie zum Beispiel Oder auch Oder auch Oder auch Dann Seid ihr Halt Nicht Unbedingt Erwählt Benjamin Benjamin Blümchen Port ist raus So Geht es eigentlich da lang Geht es da zum Käferturnier Ist das das Käferturnier Das ist das Eingangsportal Zu Zu was Pro Keatlonhalle Aha Oh Okay Heute ist Dienstag Heute findet das Käferturnier Der Start Fange ein Käferturnier Let's go Äh Nein Nicht Nein Ich will ein anderes Bitte Ähm Ich will nicht Simanova Auf Ich würde gerne Davons mitnehmen Vielleicht Dankeschön Junge Käferturnier Mal gucken wie viele Käfer Es hier an diesem Käferturnier gibt Wir haben nur 20 Minuten Zeit Okay Wir finden das Wir finden das stärkste Käfer Pokémon Let's go Das allerstärkste Lokonok Vielen Dank für 6 Monate Treue Dankeschön I mean Also Äh Also Puh Es ist Es ist ein Käfer Pokémon Die Frage ist ob das Käferturnier Randomized ist Es ist vor allem ein totes Käfer Pokémon Okay Sehr schön Ich glaube das ist nicht randomized hier Das heißt wir könnten uns hier auch ein Raupi oder so fangen Zum Entwickeln Ja wahrscheinlich klappt es uns das zu mir nicht Nicht aber nice dass sie daran gedacht haben Es ist jetzt ein gegrilltes Käfer Pokémon Es ist jetzt Feuerkäfer Nice Darf ich hier alle Käfer Pokémon behalten oder nur das letzte Wie sind das hier Das letzte nur Ja dann geh mal mit einem Raupi rein Das Raupi gewinnt bestimmt Sag ich euch Das Raupi gewinnt Das Raupi ballert Sag's euch Level 13 Raupi Platz 1 Locker Wir gewinnen Wir gewinnen Hi Crystorm Vielen Dank für die 100 Bits Dankeschön Ich glaube nicht dass wir einen Giratina finden werden Okay auf Platz 3 Nurse Willman Blutso 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 kann gar nichts Aha Platz 2 Aha Dankeschön Dankeschön Cindy gewinnt mit einem Safcon Das ist doch rigged Das ist doch rigged Safcon Also da ist mein Raupi deutlich cooler Ein Ewigstein Ne das will ich Ich will da Also ich will einen Stein Aber Ja na klar möchten wir Raupi einen Spitznamen geben So wer wird denn Wer wird denn ein Raupi Wer wird denn ein schönes schnuckelisches Raupi Ich will kein Raupi sein Ist das umgekehrte Psychologie wollen Ist das umgekehrte Psychologie Hat nicht funktioniert Bin nicht drauf reingefallen Wo ist das K Immerhin Platz 2 Also ich hätte gedacht Wir machen gar keinen Platz To be honest Was läuft denn hier gerade für eine creepy Musik Oh voll die schöne Musik Ah laut Will auch keiner hören Mal sehen Ob ich deine Gedanken Erraten kann Mal sehen Oh Das dürfte viele Erfahrungspunkte geben Krumme Banane Vielen lieben Dank Danke für den Follow Danke schön Los Samuel Ach Samuel Du bist übrigens ein Voltoball geworden Du hast also noch Chance Dich in was Gutes zu entwickeln Zum Beispiel ein Elektroball Ich mag übrigens Dass Samuel Finale kann Hahahaha Halt mir jetzt erst auf Das ist Ich sag's ja die ganze Zeit Das ist ein schlauer Rando Das ist einfach ein sehr schlauer Rando Rando mit Foreshadowing Oh Das gibt ordentlich Erfahrung Ein Areodactyl Ist auch so ein Gen 1 Pokémon Dass ich ständig vergesse Dass es existiert Ich find's mega geil Aber ich vergesse ständig Dass es das gab Hat auch nie Eine Weiterentwicklung bekommen Hat Oder hat das mittlerweile Eine Megaentwicklung Hat eine Megaentwicklung Das fand ich auch so schade Da hatten die Mit den Megaentwicklungen So ein cooles Konzept Fand ich Und dann haben sie es In der nächsten Generation Wieder fallen lassen Ja War eine unserer besten Ideen Machen wir nie wieder Excuse me what Ich hab uns gekriegt Vor auf die Fresse Noch ein Areodactyl Let's go Ja ich glaub das Problem Bei Megaentwicklungen Die hatten da selber Kein richtiges Konzept für Das war ja Das war ja komplett random Welche Pokémon Megaentwicklung bekommen haben Und welche nicht So du bekommst eine Megaentwicklung Und du bekommst eine Megaentwicklung Und du nicht Aber warum ich nicht Weil du nicht Ja die Kristallform Find ich nicht so geil Ja Lass ich mal als Käfer durchgehen. Tentoxa ist eigentlich ein Pokémon, das so geil aussieht. Es sieht so geil aus, aber es nutzt keiner. Nicht immer noch so schade, so verschwendet. Mega-Raiquaza, ich weiß gar nicht mehr, wie das aussah. Ich hab die Hälfte der Mega-Entwicklung schon wieder vergessen. Bumpadab. So. Jetzt finden wir mal raus, was Mogelbaum ist. Gucken wir mal. Wenn es ein Relaxer wäre, wäre es wieder sehr witzig. Er ist ein Tanscher. Ein Tanscher. Wann entwickeln sich Tanscher? Keiner weiß, wann sich Tanscher entwickelt. Ein und drei. Nee. Nee. Nö. 31. Das ist mir zu spät. Nö. Nö. 31 ist mir zu spät. Tja, also müssen wir auch erst googeln. Oh, wow. Fuck. Okay. Wollen wir ballern hier. Ich dachte, ihr wisst das alles. Ihr seid doch, komm mal ein Experten. Also, zu meiner Zeit wusste man sowas noch auswendig. Gab es ein Update für Gothic 2 Switch? Der ist mitbekommen, Pierci. Wurde doch gar nichts, gar nichts angekündigt. Gab es ein Update? Ich habe es mitbekommen. Ist das dieser Sentenza? Ah. Dann gebe ich dir da was. Der war gut. Also, Leos Mind wüsste das nie. Leos Mind hat ja gerade sein, ich finde das Projekt unglaublich geil. Zum einen fängt er gerade von jedem Pokémon die Shiny Form und er hat irgendwie schon 900 Stück. So, was? Und zusätzlich macht er einen Origin Form Dex. Das heißt, er fängt jedes Pokémon in der Edition, in der es zum ersten Mal aufgetaucht ist. In allen möglichen Formen, also auch weiblich und männliche Formen. Ähm. Und tauscht ihn dann bis hoch zu Pokémon Home. Oh, das ist... Absurd. 8100 Shinies hat er schon. Also, Origin Dex finde ich halt geil. Origin Dex finde ich halt legit cool. Protein ag in the muscles lal. Ag in the protein lal. Get to the chopper. Und Origin Dex finde ich halt geil, jedes Pokémon da zu fangen, wo es das erste Mal aufgetaucht ist. Das finde ich halt irgendwie ein geiles Konzept. Okay, also mal bei ihm. Hi, um da da. Ja, ja, du brauchst halt die, die richtigen Editionen dafür. Weil ansonsten ist es ja schwierig von Rot-Blau und Gold-Silber die Pokémon runter zu kriegen. Da ist ja gar nicht alles so einfach, ne? Simanova tankt einfach alles. Wow, okay. Danke. Ja, du musst es im eShop. Ich habe mal überlegt, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, wenn man am PC per Emulator spielt, die Pokémon zu übertragen. Aber da gibt es wohl nichts. Zumindest nicht, dass ich was gefunden hätte. Klar, du kannst die Pokémon reinhacken. Aber das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache. Okay, mir hier macht irgendwie nichts Schaden. Äh, ich probiere mal Samu holen. Hackerman. Los, Samu, es ist das Finale ein. Alle tot. Na ja, du bist tot, aber Larion. Was bist du geworden? Ähm. Ah ja, ein Sonnenkern. Hahaha. Wir brauchen, schade, ne? Wir suchen für dich aktuell, äh, einen, einen Sonnenstein. Hi, Serena. Ja. 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 Keine Ahnung, wo ich in der Edition Sonnenstein herbekomme, außer beim Käfer-Turnier. Nice. Ich kann nicht mal so viel XP bekommen. Kann man das Käfer-Turnier mehrmals machen? Oder nur einmal? Am Tag. Und Finneas suchen wir einen Blattstein. Ja, zweimal. Nur einmal am Tag? Das ist ja scheiße. Das ist ja richtig scheiße. Oh, oh, Samu ist tot. Sehr gut, da kriegt's immer nur mal die XP alleine. Hahaha. Ich geh, ich geh, ich geh nochmal zurück zum Pokémon Center. Sonst verprügeln die mich. Ah. Cookie, vielen Dank für zwei Jahre. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. Hast du die Nummer von Gudrun? Ähm, vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Pet zum Henker ist gut, Das Team Es besteht gerade aus Rabauts Keine Ahnung Luxra Gengar Voltobal Rep Stilldingsbums Und Voltilam Ich kenne mich aus Ich kenne mich aus Gute Nacht Hittekitty Vielen Dank nochmal Für den Raid Und schlaf schön Reptine Genau Oh Reptine Mein Reptine Hi Kiago Die Ruinen Ruinen Ne Bei den Ruinen waren wir nicht Und du mich aber niedlich Darf Tantchen mit dir spielen So So fangen So fangen manche Filme an Das ist nicht gut Mal sehen was an Juga Hüpfer Wie du es so drauf hast Das ist ein ganz komisches Genre gerade Oh fuck Das sind beide Level 16 Wie heute alle Rocket Beans Folgen mit NASA am Stück Gegeben Die sind ja auch gut Ich habe mir auf jeden Fall Von allen den Telefonnummer geben lassen Bisher gegen die ich gekämpft habe Simanova ist dead Los Avalarion Let's go Du warst immer mein Favorit Oh sehr effektiv Habe ich doch gleich gesagt Also das Pokémon ist ja einfach Das Pokémon ist auf jeden Fall Einfach nur Quatsch Also da könnt ihr mir sagen Was ihr wollt Aber das Pokémon ist Quatsch Passt perfekt Wir machen nie Quatsch Stark Das ist ein ernsthafter Kanal Was welche Attacke Nicht gelesen Stahlflügel Statt Drachenklaue Warum nicht Eine Stahlattacke Bayern Let's go Oh Avalarion wird sterben Mal direkt mal Stahlflügel Mal gucken wie es reinrohrt Oh Oh Ja Ja Drachenpuls ist cool Drachenpuls ist besser als Drachenklaue Fight me Fight me RIP 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 Avalarion Pepperino RIP RIP Avalarion Da habe ich so ein Drachenpuls Ja Bayern kann nichts verwehren Stahlflügel In die Fresse Moin da Arthur Vielen Dank für vier Monate Dankeschön Wir sind in Teak City Ich heiße Bill Aha 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 So so Alles klar Das ist ja interessant Okay Tschüss Bei ihm können wir uns ein Evoli abholen Also 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 Ein Evoli Was los? Witcher gestorben? Guckst du Streamplan? Guckst du Streamplan? Ich heiße Bill Bill Kaulitz Jaja Die drei großen Bills Bill Kaulitz Bill Gates Und Tschernobyl Willst du zu Jens? Tut mir leid Da treibst du dich gerade irgendwo in die Turmruinen rum Ich muss dich leider wegschicken Okay Dann gehen wir halt mal in die Turmruine Ah schade Ich hätte es jetzt voll geil gefunden Wenn Wenn man hier jetzt auch die Sprites geändert hätte Weil die sind ja auch gerandoet Und wenn man da die Die anderen Sprites hätte Das wäre noch geil Hast du so drei Radfratze da unten stehen? So Wir brauchen einmal Tja Trümra Nicht wahr? Weiß gar nicht Ob ich das schon Äh Außerhalb eines Eines Kampfes einsetzen kann Safcon Wampel und Zubat Genau Die Sprites werden hier sogar vorhanden Das wäre das coole Mein Name ist Oisin Ach die haben Oisin aus dem Aus 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 Kristall Die haben also aus der Aus der guten Edition Die Sachen ins Remake Übernommen Das ist ja viel besser Als ein Strahlender Diamant Und Perle Das ist ja Da haben sie sich ja Mühe gegeben Das ist ja krass Der Wahnsinn Damit habe ich nicht gerechnet Oh Ein Botogel Welche Pokémon Ähm Hi Okay Das ist gut Das ist gehen Geht ab Ich hab Pokémon Ich fang mal vorne an Ich hab Pokémon Rot und Blau Gespielt Ich hab Pokémon Gelb Gespielt Ich hab Pokémon Gold und Silber Gespielt Ich hab Pokémon Kristall Gespielt Ich hab Pokémon Rubin und Saphir Gespielt Ich hab Pokémon Smirag Gespielt Ich hab Pokémon Diamant und Pearl Gespielt Ich hab Pokémon X gespielt. Ja. Ende. Das macht mich grad fertig, ne? Pokémon Go? Ne, da hab ich mich verweigert. Da hab ich gesagt, da mach ich nicht mit. Da hab ich gesagt, ich nehme diesen Bereich nicht an. Ich möchte niemanden kränken. Ne, da war ich, da war ich nämlich persönlich beleidigt von meiner damaligen Freundesgruppe. Da wollte ich nicht mehr. Weil ich hab immer mal wieder so ab und zu Pokémon gespielt und hab auch immer wieder dazu meine Freunde dazu bewegen. Und dann, nee, Pokémon, dafür ist ich immer zu alt. Nicht so. Oh. Oh, oh. Okay. Dann halt nicht. Und hab dann halt immer so vor mich hin meine schöne Pokémon Edition gespielt. Und dann kam Pokémon Go raus. Oh, Pokémon, voll geil. Oh, wir spielen jetzt alle Pokémon. Da war ich persönlich beleidigt. Da hab ich so gesagt, ne. Ne. Jetzt will ich auch nicht mehr. Ja, kennt ihr so Leute, die immer nur dem Hype nachrennen und nicht das machen, worauf sie wirklich Bock haben? Ich hasse sowas. Ich find das furchtbar. Die Oxys nimmt uns hier ganz schön auseinander. Vielleicht sollten wir das fangen. Ich mein ja nur. Wann randomize an der Slot? Bei 5000 Subs. Subgold, 5000 Subs. Let's go. Es entwickelt sich aber nicht mehr. Können wir sowieso mal ein paar Bälle kaufen. Gibt's in der Stadt keinen Supermarkt? Doch da drüben. Was wird mich 5000 Subs kosten? Weiß nicht. Ist grad noch Rabattaktion? Nein, Lupus. Aus. Lupus, vielen lieben Dank für die 5 Subgifts. Dankeschön. Heute ist letzter Rabattag. Okay. Ja, dann könnten sich die 5000 Subs ja noch lohnen. Hm. Hey Alexa, es ist zu 5000 Subs auf die Einkaufsliste. Aber Larion, vielen lieben Dank für das Subgift. Dankeschön. Oh nein. Da ist Donner. Ein legendäres Pokémon? Nein, ich wollte die Exis. Es gibt genug Dioxys für uns beide. Oh, ich glaub Donner nimmt uns jetzt auseinander, oder? Oh, guck mal ein Azuril. Oh, ich bin knuffig. Und das ist fucking Level 20. Warum ist das Level 20? Scheiße. 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 Es ist ein Drachen, Azuril. Was ist ein, was ist ein gegen, 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 was ist ein gegen Drache effektiv? Ey, warum gibt's ein Pokémon mit meinen Namen, oder was ich davon weiß? Das ist immer nur, aber vielen lieben Dank für 25 Monate treu. Dankeschön. Eis. Habe ich ein, habe ich ein Pokémon, das Eis kann? Hat das Azuril als einzige Attacke Drachentanz? Ach stimmt, aber Larion kann Aurora strahlen. Richtig. Er ist zu spät, jetzt ist tot. Ein Pixi. Pixi. Oh, wir machen, wir machen voll den Spiegelkampf. Gengar gegen Pixi. Weil, weil wusstet ihr, dass das Pixi die dunkle Seite von Gengar ist? Oh, Donner ging mal daneben. Krass. Puff. Ah, Togekiss, äh. Ja, Togekiss wird kein Problem, das war ja Käfer, ne? Entwickelt sich ja eh nicht. Ähm. Ich schick mal Daedalus. Da könnte Daedalus richtig viele Erfahrungspunkte bekommen. Boop. Togekiss vergesse ich auch immer, dass es gibt. Ähm. Ja, schauen wir mal. Level 22, holy shit. Au, oh, oh, Davons, bitte sei schneller, yes Oh nein, es hat überlebt Oh, es ging daneben, oh, Davons, einfach MVP Wir waren nie wirklich in Gefahr 517 Erfahrungspunkte, nice Dederlos direkt Level 9, Level 10 Dederlos der Lentagelsturm, okay Dre, vielen Dank für 11 Monate, dankeschön, vielen, vielen Dank Übrigens, falls ihr es nicht gesehen habt, für alle, die es interessiert, auf dem Let's Play Kanal Kam heute, äh, die erste Harry Potter Folge PC Version Wir hatten hier die Playstation Version on stream Und auf dem Let's Play Kanal kommt jetzt immer Dienstags und Donnerstags kommt eine Folge Dings Ihr wisst Bescheid Harry Potter Guck das ja gerne rein Ich hab, ich hab grad Donauwelle gelesen Blindfach setzt Donauwelle ein Hm, Donauwelle Eine neue Folge Bums kommt, äh, morgen Hast du Hungernase? Eigentlich nicht Ich hab Ein, ein Hähnchen mit Pommes zum, zum Mittagessen War sehr lecker War eine sehr leckere Kruste Ja, guck mal, aber Larion schon lebe 25 Kannst du mir irgendeinen Tipp geben, wie ich Gothic 3 gut finden kann? Also Hm, also Also, ähm Also mein Tipp Fürs erste Mal durchspielen Spiel ohne alternatives Balancing Weil das macht das Spiel unglaublich schwierig Spiel vielleicht auch auf leicht Beim ersten Mal Und dann konzentrier dich einfach auf Magier Natürlich die ganzen Community Patches installieren Parallel Patch, Community Patch Vielleicht stellen Ohne alternatives Balancing Und als Magier ballern Dann finde ich Macht sehr viel Bock Ich könnte auch mal wieder speichern, ne? Wir haben lange nicht mehr gespeichert Ich bin ja Ich bin ja immer noch gespannt Ob sie Ob sie mit dem Gedanken Wirklich Sind weiter spinn Ähm Gothic 3 für die Switch rauszubringen Ich würd's so feiern Ich, ich würd's einfach Ich, ich würd's so abfeiern Ohne Scheiß Ein Boothugel Autsch Okay Simanova Simanova is dead Warum ist hier alles so stark? Meine Fresse, ey Warum bist du so schwach? Vielleicht ist das Spiel wenigstens weniger verbuggt als auf dem PC Ja, das auf jeden Fall Bisher haben die Switchboards Einen sehr guten Eindruck gemacht Dass ich mir da keine Sorgen mache Ist das wieder dieser Clickbait? Welches Level braucht Avalarion? 6, 36? Fuck, 36 Wie gut gelaunt Morlord einfach ist Guck mal, Morlord hat einfach einen guten Tag Morlord hat einfach Bock Ich will auch die Welt umarmen Gibt's richtig viel Erfahrung gerade Holy moly Giftschleim Ist das eine Weiterentwicklung? Oder ist das schon die Endentwicklung? Ist, glaub ich, schon die Endentwicklung, ne? Sehr effektiv Viel Erfahrung gibt das? Oh, 630 Das ist gut Oh, Baby Wieder so ein Boothokel Ich hasse das Viech Furchtbares Viech Oh, guck mal Der hat ein krasses Safcon Heftig So, ich würde sagen Wir bringen Avalarion erstmal auf Level 30 Es ist unser erstes Ziel Und wir hoffen, dass Avalarion sich auf 36 Nicht in absolute Grütze verwandelt Oh, was will denn die Mutter? Aha Oh, sie hat wieder mein Geld ausgegeben Oh, schlimm Schlimm, schlimm Kapador incoming Naja, Kapador wird sich nochmal entwickeln Das ist nicht schlimm Es darf halt nur keine Endentwicklung sein Was sich nicht entwickelt Alles andere ist ja völlig schnuppe Es darf halt nur halt zum Beispiel Kandito sein Ist du auch genug Gemüse, mein Kind? Blo, bu, bu Glo Mmh 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 Okay, tschüss. Aber sollte hier nicht irgendwo der Arena-Leiter sein, oder habe ich mir das eingebildet? War ich da etwa falsch informiert? Uh, ein Panzer-Aeron, aber das entwickelt sich leider nicht. Das ist immer so schade. Panzer, guten Tag. Spender, Paul, Panzer. Dünsten. Wie redet der nochmal? Krieg ich das hin? Oh, Panzer. Panzer, Panzer. Dünsten. Dünsten ist ein Unterschied von 30 Grad. Kriegst du gerade nicht hin? Ich konnte den mal, echt gut. Dünsten. 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 So geht da. Dünsten. Dünsten. In dem Turm gibt es scheinbar ultra starke Pokémon. Kann man vielleicht gut trainieren. Ich glaube, hier kann man sehr gut trainieren. Welchen Emulator benutzt du für das Game? Das ist mein Nintendo DS HD. Nee, ich benutze das Mumm. Das Mumm. Das Mumm. Das Mumm. Richtig. Das ist die Game Boy Kamera. Ja, die läuft über den Game Boy. Die den DS abfällt. Das ist richtig. So, ist jetzt hier endlich mal jemand zu Hause in dieser Arena? Mal sehen, ob es es schafft, uns in Pokémon Schaden zu fügen. Schau mal in Pokémon in die Fresse. Warum? Warum? Oh, Lucario. Schaut mal. Eins Lucario. Gab es doch nicht auch einen Film? Lucario und Mew? Oder so? Ich glaube, den habe ich gesehen. Ich glaube, der war ganz... Der war... Der war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Für einen Pokémon-Film. Ein Paras. Nö, für Paras wechsle ich nicht. Das gibt kaum Erfahrungspunkte. Ja, guck mal. Das ist ein Samul. Eine Zierprise. Ist es viel Erfahrungspunkte gegeben? Keine Ahnung. Das ist mal aus. Ich glaube, das ist eine Flugarena. Kann das sein? Ich glaube, das hier ist eine Flugarena. Noch eine Zierprise. Oder wie heißt das? Zierprise? Zierpreise? Ich habe doch keine Ahnung. Wer denkt sich eigentlich diese Pokémon-Namen aus? Warum heißen die nicht mehr Pikachu? Ein Rizaros. Okay. Das ist aber ein komisches Flug-Pokémon. Wusst ihr eigentlich, dass Rizaros das erste Pokémon war, das designt wurde? Krass, ne? Fakten mit Nase. Die Iceberg kommt. Okay. Der erste Trainer war jetzt mal nicht so krass. Ich gehe trotzdem... Ich gehe trotzdem mal ins Pokémon-Center. Ja, wusstet ihr, dass Ditto eigentlich eine Weiterentwicklung haben sollte? Die wurde aber gestrichen. In der geleakten Version von Pokémon Gold ist die noch drin. Sieht furchtbar aus. Gut, dass sie das gestrichen haben. Herr Twitch, darf ich bitte nicht aus dem Chat fliegen? Leider nein, leider gar nicht. Oh nein, ich bin runtergefallen und bin tot. Reiße vorbei. Wusstet ihr, dass Retternrückwärts-Xa das heißt? Wirklich? Und so stirbte Nase. Oh, 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 oh. Aua. Mach doch, mach doch nicht sowas. Hat doch hier keine Volltreffer. Okay, Simmanova braucht, glaube ich, nur noch... Äh, zwei Level, ne? Level 20, habt ihr gesagt. Ich sehe das aber, guck mal, was klangetreu ist. Das ist doch gelügigt. Das ist doch eine gemeine Gelügigkeit. Das Pokémon sehen wir irgendwie auch übermäßig oft in dem Rando. Ah. Oh, oh. Oh, ich glaube aber, Laren ist tot. Ah. Ah. Äh, los Samuel, du regelst. Ballern. Ach, komm schon jetzt. Billy. Okay, dann gehen wir mal zurück ins Pokémon Center. Tch, 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 tch. Wo gehen wir da eigentlich als nächstes hin? Gehen wir Richtung Rotes Garados? Oder gehen wir Richtung... Die andere? Weiß gar nicht, wo man... Wo man hier zuerst hingeht. So vom... Vom Level her. Probier's aus! Zwo, eins, Risiko! Ein Trift-Lon! Okay, Simma Nova. Du hast nur noch... Du musst nur noch zwei Level-Ups. Ich hoffe, du entwickelst dich in was Gutes. Sonst kommst du für immer auf die Bank. Für immer. Für immer und immer. Und... Off. Hm? Weißnebel? Das war ziemlich scheiße, ne? Ja. Hi, Lavita. Na? Grüß dich. Noch bist du auf der Box. Aber du hast gute Chancen, heute noch ins Team zu kommen. Seid schon. Vielen lieben Dank für elf Monate. Dankeschön. Wie groß ist denn die Arena? What the heck? Wieso ist die Arena so riesig? Im Original waren hier drei Trainer oder so. Hallo, My Lord. Oh Gott. Hallo. Na? Du bist aber ein großes Pokémon. Passt du auch in die Arena rein? Kuckzuck. Kuckzuck. Au. Noch ein Level ist die Manöver. Oh, Rettan. Rettan. Wusstet ihr, dass Rettan rückwärts Arbok heißt? Was? Das Rettan der Stunde. Flammenblitz. Entschuldigung. Ist das hier noch die Flugarena? Oh. Alter. What the fuck? Warum sind die Attacken hier manchmal so absurd stark? Wo Balancing? Aua. Ein Riolu. Was zum Fick ist ein Riolu? Was ist ein Riolu? Was ist ein Riolu? Ach, das ist ein Riolu. Ach, so wusste ich natürlich. Ach, effektiv. Schmeck effektiv, sage ich immer. Puff. Puff. Ähm. Stürzt du mich in den Abgrund? Ich muss nämlich schon wieder zum Pokémon-Center. Ich weiß schon, warum, wenn ich Privat-Pokémon spiele, dass ich meistens nur zwei Pokémon trainiere. Weil das dann alles viel einfacher ist. In Gen 1 ist es zum Beispiel grundsätzlich entweder ein Nidoking oder ein Rasav, das ich benutze. Das funktioniert immer sehr gut. So, Simanova. Ich glaube, du wirst dich jetzt entwickeln. Gucken wir mal. Ich glaube, der Speedrun nutzt auch Nidoking, ja. Okay, ich hau dich platt. Navita, vielen Dank für fünf Monate. Danke. Herausforderung vom Dr. Daniel. Uh, ein Knacksen. Das könnte jetzt ein relativ harter Kampf werden, je nachdem, was für Pokémon der hat. Und Dr. Borst, vielen Dank für fünf Monate auf Stufe 2. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh, Hypertrank, das ist gegen die Regeln. Sollten wir auch mal Hypertrenke kaufen. Also der Soundtrack von den Remakes ist schon ein krasser Banger, finde ich. Oh, ein Psyaner, wie geil. Es gibt, es gibt meiner Meinung nach keine wirklich schlechte Evoli-Entwicklung, bis auf, ich mag Flamara irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich finde Flamara irgendwie nicht so toll. Und die Fäen-Entwicklung. Sonst finde ich bisher alle geil. Oh, 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 oh. Oh, oh. Rip a Valarion. Äh, los, Samuul. Let's go. I guess. Nein, doch nicht daneben, Samuul. Doch nicht daneben. Na toll, sind wir beide paralysiert. Ganz toll gemacht. Äh, war das das, welches in der Wünsch-dir-was-Woche gespielt hat? Wir hatten in der Wünsch-dir-was-Woche ein Pokémon-Spiel? Ich kann mich gerade ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ähm, also wir hatten mal SoulSilver ausprobiert. Ich wollte das durchspielen. Hab dann aber gemerkt, dass das fast 1 zu 1 inhaltsgleich ist zu den Original-Versionen. Was ich so nicht gewohnt war von Pokémon. Äh, und dann hat mich die Motivation verloren. Dann dachte ich mir, so ein Rando ist dann doch interessanter, wenn es fast inhaltsgleich ist. Ich glaub, den Kampf gewinnen wir nicht, Chat. Das ist geradezu heftig, dadurch, dass wir Avalarion verloren haben. Vielleicht gewinnen wir doch. Da wohnst, da wohnst Carried. Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ein Sengu? Was ist denn ein Sengu? Ach so! Stimmt, das gab's ja auch noch. Ja, okay. Jetzt wird's vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm... Feiern! Let's go! Rein da! Na, wir könnten doch noch gewinnen. Wir könnten doch noch gewinnen. Nein, Bayern, treff doch! Nein, Bayern, treff doch! Nein, Bayern, treff doch! Nein! Nein! Du Sau! Einfach mit Stahlflügel reinrotzen. Du wolltest die Matschbombe nicht. Nee, 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 nee. Die Matschbombe stinkt ja auch. Stinken tut die. Da! Los, Bayern! Mit einem HP! Nice! Perfekt. So, jetzt müsste ich eigentlich... So, Simanova. Komm schon, bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Goddammit! Wann entwickelt sich Magby? Scheiße! Scheiße! Zuneigung! Scheiße! Okay. Fein. Okay, Simanova bleibt weiterhin im Team. Simanova ist weiterhin dabei. Dann gucken wir jetzt als nächstes, was aus Daedalus wird, würde ich sagen. Daedalus next. Der ist ja gleich Levels, war es 16 oder 18, Voltsilam? 16 oder 18, glaube ich. Und vielleicht finden wir ja sogar noch einen Plattstein. 15 sogar? Auch 15 wäre nice. Magby entwickelt sich nicht durch Freundschaft, sondern Level 30. Da guckt mal einer, schau. Hi, Abadons. Soul Server, also bei mir läuft's problemlos. Bist du ja keine Probleme mehr gehabt mit der neuen Version. Ja, das sind wir ja gleich. Easy peasy, lemon squeezy. Nebenbei trainieren wir noch Avalarion bis Level 30 und dann ist Samul dran bis Level 30. Dann müssen wir uns auch mal wieder um Bayern und Davons kümmern. Die verkümmern's so ein bisschen. Einfach Level 14. Oh, er lernt Blizzard. Krass. Krass, krass, krass. Ich fühl mich vernachlässigt. Ja, zieh ich strikt durch Stokes, ja. Und vielen lieben Dank für drei Monate. Hi, bin da sonnig. Oh, guck mal. Ein Simanova. Wie nett. Komm, Abadron, wir machen dich jetzt Level 30. Dann haben wir das schon mal. Himmelhieb. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn. Au, au, okay. Vielleicht wirst du doch nicht Level 30. Holy shit, ey. Was soll das jetzt? Oh, ich hab gar nicht geguckt, welcher Typ Maggi ist, ne? Jetzt hab ich gar nicht geschaut. Level 30. Nice. Ja, also Avalarion kann sich noch entwickeln. Daedalus kann sich entwickeln. Samul und Simanova können sich alle noch entwickeln. Das heißt, wir haben noch genug Möglichkeiten. We have all the possibilities. Ein Frost... Ein Frost... Ein Frost... Ein Frost... Ein Frost... Ein Frost... Ein komisches Pokémon. Zeit ich den Pokémon-Rap nicht mehr höre, weiß ich einfach nicht, wie Pokémon-Namen ausgesprochen werden. Der Poker-Rap war schon geil. Habitag, Taupsi. Habitag, Taupsi. Ratfratz, Habitag. Habitag, Taupsi. Ratfratz. Habitag. Taupsi. Gibt's glaube ich schon ne Vestia und Dark. Gibt's auf YouTube. Bin mir ziemlich sicher. Okay, Samul ist tot. Wir trainieren doch nicht Samul scheinbar. Oh, Samul hat überlebt. Der Voltobal, der überlebt hat. Hi, Pantrodor. Daedalus, Level 5 zählt. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt sind wir gespannt. Komm schon. Daedalus, ich glaub an dich. Spürst du die Kraft in dir, die dich weiter treibt durch diese fremde Welt? Hahaha. Ey. Kriegen wir die komplette Entwicklungslinie hin? Ha. Jetzt ist Bayer nicht mehr allein. Ein Luxio. Wann entwickelt sich Luxio? Oh, was? Treptian entwickelt sich Level 30? Das ist gar nicht 36. Ups. Okay, aber Larion. Dann schauen wir mal, ob du was Gutes wirst. Komm schon, bitte, was Gutes. Ich guck nicht hin, ich guck hin, ich guck nicht hin. Das ist ein Bisa Knosp? Nice. Der Avalarion hier einfach am, 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 am sich im Ring halten. Noch ein Starter, ja. Gott, der mit. So. Das ist Fluggift. Okay. Und. Das hier ist ein Wasserbisa Knosp. Ah. Es wird halt auch nicht weniger. Wir kriegen keinen Platz hier. Wir kriegen einfach keinen Platz. Okay, ähm. Avalarion entwickelt sich Level 32, ne? Bisa Knosp war 32, glaube ich. Oder? Das heißt, ich würde es tatsächlich Avalarion mal Level 32 noch fix machen. Und dann Samul wirklich trainieren. Und Luxio braucht Level 30, habt ihr gemeint, ne? Luxio braucht Level 30. So, Avalarion. Das ist immer nur die Chance, was Gutes zu werden. Also nicht, dass Bisa Knosp nix Gutes wär. Aber schauen wir mal. Avalarion. Ein Pandir. Luxio 3. Oh, ich muss schon wieder so heftig leveln, ey. Gibt's eigentlich schon jemand, der alle Pandir-Formen gefangen hat? Gibt's schon Pandir-Decks? Nein, da hast du da... Warum denn nicht? Da müssen sich einfach nur mal ein paar Leute zusammenschließen. Dann ist das... Dann ist das in ein paar Tagen gemacht. Super easy peasy. Sollen sich mal nicht so anstellen hier, die Leute. Kennt ihr eigentlich Starter-Pokémon? Kennt ihr? Kennt ihr? Kennt ihr Starter-Pokémon? Kennt ihr? Dieser Rando ist einfach cursed, ey. Ach, Stachelspore. Muss das sein. 700 XP. Also hier kann man voll gut trainieren in den Gräsern. Aber ich muss erstmal zurück die Stachelspore heilen. Natürlich kein Hyperheiler oder sowas dabei. Dieser Rando ist großartig. Dieser Rando ist furchtbar. Ich krieg ausschließlich Starter und Legendaries. Aber einfach nur ein Legendary zu fangen ist halt lame. Ich will halt... Wenn ich ein Legendary im Team habe, dann will ich, dass es sich aus irgendwas entwickelt hat. Einfach nur ein Legendary fangen ist ja lame. Außer es ist irgendeins meiner Lieblings-Legendaries. Wenn ich... Wenn ich in der... Wenn ich in der Wildnis, was weiß ich, auf einen Hirachi oder auf einen Mew treffe, dann ist es aber sowas von dem Team. Dann ist es sowas von dabei. Das ist eigentlich auch die einzige Edition, wo... Wo die Pokémon einem hinterherlaufen. Also ich finde das ein super geiles Feature. Mega, mega geil. Mew und die Ratschen sind keine Legendary, sondern ein mysteriöses Pokémon-Gang. Oh, Raichu. Ich liebe ja Raichu. Es war ja mal auch geplant, dass Raichu noch eine Entwicklung hat. Die fand ich sogar noch geiler. Die Weiterentwicklung von Raichu. Natürlich ist das nicht echt richtig. Nee, nicht Mega-Raiichu. Es gibt geleakte Concept-Arts von Raichu-Entwicklung. Oder Sprites. Ich weiß nicht mehr, ob Concept-Arts waren oder Direction-Sprites. Gentleman Sonja. Oh, ein Kripp-Huta. Das sieht für mich auch nicht wie ein Pokémon aus, sondern wie ein Wario-Land-Gegner irgendwie. Weiß auch nicht. Ja, ich vermisse auch Fat Pikachu. Also Fat Pikachu war ja anders cool. Muss man ja auch mal so sagen. Das ist ein Nass-Schweif. Anwender adaptiert mit Schweif, als ob dieser eine brutale Welle mit einem tosenden Sturm sei. Ja. Ist korrekt. Ähm. Ich setze Lawine eh nicht so oft ein. Ich verlerne mal Lawine. Ich weiß, es ist eigentlich saugeil, aber... Oh, Simsalah. Wario-Land 2 oder 3? Also die Spiele sind immer noch furchtbar, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie die in Top-Listen immer auftauchen können. Es entschließt sich nicht meiner Realität. Ich weiß nicht, wie der Dark Boss. Vielen lieben Dank für den Follower. Dankeschön und grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Wario Land 3 ist mega. Nee. Das ist furchtbar. Oh. Nice. Aber, Larion. Jetzt keinen Scheiß machen, ja? Aber, Larion. Ich hab doch gesagt, keinen Scheiß machen. Wann entwickelt sich das? Entwickelt sich Level 30? Goddammit. Was bist du für ein Typ? Kampfgeist. Okay, wir trainieren aber Larion offensichtlich noch weiter. Ach, das ist so ein Rando. Ja. Das ist so ein Rando. Ja, aber ich find... Arctos ist halt schon scheiße geil. Arctos ist halt... Arctos ist halt mega. Das muss ich eigentlich fangen. Das erste Letschi heute. Ja, ja. Das allererste. Das allererste Letschi heute. Ja, ja. Mhm. Mhm. Genau. Ich glaub schon das siebte oder achte heute. Keine Ahnung. Wir haben nicht mehr mitgezählt. Ähm... Nee, aber worauf ich hinaus wollte. Ich... Also, Wario Land hat ein furchtbares Level-Design, find ich. Furchtbar. Furchtbar. Also, ich find... Ich find halt gerade im Vergleich zu Wario Land 1 sind das... Sind das keine guten Spiele. Und wir haben sie hier live gespielt. Und fast der komplette Chat war meiner Meinung. Und das kommt eh schon genug selten vor. Selten genug vor. So ist das jetzt richtig. Ey, Arctos schläft ja gar nicht mehr. Was soll denn der Scheiß jetzt? Sie fangen gerade so hoch, Samu? Warst du da im Stream dabei, Besserig? Also, wir fanden das alle ziemlich furchtbar. Was ist einfach nicht drinbleiben, so will. Bleib mal im Superball. Das ist immerhin ein Superball. Der ist super. Yes! Da ist es! Da haben wir's doch! Nice! Haben wir... Haben wir Moonville schon? Moonville? Hatten wir Moonville schon? Ich glaub, Moonville hatten wir noch nicht, oder? Hatten wir Moonville schon? Helfen wir mal. Glaub nicht. Hab ich richtig geschrieben? Passt. Ja, und was mich halt am meisten ärgert bei der WarioLand-Sache... Ach so. Ja, das war halt ein Patreon-Wunsch. So, und wenn man halt Patreon-Spiel einreicht, dann muss man halt damit rechnen, dass es dem Streamer nicht gefällt. Und die Person war halt richtig sauer, dass es mir nicht gefallen hat. Äh... Okay. Kann man nix machen. Und dass ich 200 Euro für das Original-Modul ausgegeben habe. Das kommt noch dazu. Oh nein, ich hab Angst um Golden Sun! Hahaha! Ich spiel über einen Emulator, ja. So, Avalarion, dann guck mal. Dann gucken wir mal, was du jetzt... Äh, zu was das du wirst. Ja. Ich kauf mir alle Spiele, die ich live on-stream spiele. Ein großer Fan davon, Spiele zu besitzen, die ich spiele. Ich weiß, das ist eine komische Angewohnheit von mir. Hahaha! Das ist ja merkwürdig. Nee, 3DS-Modden trau ich mir nicht. Das ist alles so fishy mit den Firmen. Das trau ich mich irgendwie nicht. Hast du zahlst Geld für Spiele, um sie zu spielen? Also, ich find vor allem, dass du immer so teure holst. Naja, ich will die halt in guter Qualität haben. Ich will halt, dass die schön im Regal aussehen. Ich will die mit Originalverpackung. Ich will die mit Handbuch. Ich will die, so wie bei SoulSilver, auch mit dem Poké-Walker dazu. Hahaha! Also, wenn, dann mach ich das schon richtig. Hahaha! Also, entweder ganz oder gar nicht. Äh, Steinmutter. Vielen Dank für den Follower. Dankeschön. So, Avalarion. Jetzt zeig mal, was du kannst. Hä? Habt ihr nicht gesagt, das entwickelt sich Level 30? Was seid denn ihr für Fake News? Hahaha! Hahaha! 35, really? Ach Gott. Oh. Ist schlimm mit euch. Ganz schlimm mit euch. Wieso ist dieser Flur-Level 16 schneller als... Ach, egal. Ne, wir machen jetzt weiter mit Avalarion. Ich trainiere jetzt keine anderen Pokémon mehr. So nämlich. Hahaha! Scheiß drauf! Hahaha! Goddammit! Hey, guck mal, ein Arctos. Aber paralysiert. Ey, ich... 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 Ich werde so ausrasten, ne? Wenn Avalarion irgend so ein... So ein Pokémon wird, was ich nicht weiterentwickeln kann. Weil mir fällt... Mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Was gibt's denn so für Pokémon, die nur eine Entwicklungsstufe haben, aber total scheiße sind? Keine Ahnung. Was gibt's denn da? Arctos! Nein! Ja, Ditto! Oder du Miesel! Ja, sowas. Sowas. Ja, Tauros wäre cool. Tauros würde im Team bleiben. Tauros finde ich geil. Mag Tauros. Ja, so ein Pandir oder sowas. Pantimos, ja. Na, Onyx kann sich weiterentwickeln mit... Äh, in Stahlos, ne? Oder ein Botogel, ja, bei... Oder Rosanna. Ich würde austicken, ey. Furchtbar. Aber auf der Route kann man echt gut trainieren. Das sind... Pokémon, die geben echt gut Experience, muss man sagen. Sonnenkern. Nicht schon wieder. Ah, dieser Floor passt. Oh, das ist so ein Libiskus, ja. Irgend so ein Scheiß-Kram. Pottrott. Äh, ich habe so eingestellt, dass ich Pokémon ohne Tausch auch weiterentwickeln können. Ich weiß nicht genau, wie da der Rando das macht, aber... Joa. Das ist so eingestellt, dass... Man nicht tauschen muss. Toll, ich muss schon wieder zurück ins Pokémon Center. Ja, wenn es ein Ikognito wird, ne? Ah, dann flippe ich aber aus. Dann kommt... Dann kommt Arctus ins Team. Das ist fucked. Dann laufe ich nochmal alle Routen ab und fange mir einfach alle Legendaries, die wir bisher gefunden haben. Dioxys, Pialka. Scheiß drauf. Es heißt Ikognito, ja? Habe ich doch genau so gesagt. Habe ich genau so gesagt. Das war halt nie ein Poké-Rap. Ich kann da nichts dafür. Pialka, es heißt Palkia. Ist das nicht dasselbe? Ist das nicht ein komplett anderes Pokémon? Hä? Ein Porygon? Wie entwickelt sich denn Porygon? Mit Upgrade? Tausch mit Upgrade. Da weiß ich nicht, wie die im Rando funktionieren, ehrlich gesagt. Will ich mir das ein? Oder haben wir als dieser Knosp den gewonnen hittet? Du musst updaten auf Porygon auf Windows 11. Oh, so. Ich glaube, ein Level mache ich jetzt noch mit Avalarion. Ein Level mache ich noch. Dann trainiere ich erstmal die anderen weiter. Dauert mir doch zu lang. Oh, da ist ein Poké-Ball. Kalzium. Lazy Christine. Oh, ein Mobile. Ein Mobile. Schaut mal, ist das nicht knuffig? Schaut mal, ist das nicht knuffig? Warten wir das nochmal? Ah, das Vieh. Essen. Ein Stinkarrich. Er tut Stinkentun. Ich finde das Sprite in der Edition irgendwie komplett wack. Also, ich finde das sieht irgendwie total komisch aus. Holy shit, 1140. Oh, Nachtmar. Was ist denn Nachtmar? Ein schlafender Gegner. Nee. Nee. Das wäre was für Davons gewesen. Oh, ein Giraffarich. Ein Giraffarich. Ein Giraffarich. Jetzt habe ich es. Das ist nicht so der Affe aus König der Löwen. Oh, ich bin falsch abgebogen. Scheiße. Kannst du mal Grafarich rückwärts sagen? Nein. Moment, ich probiere es mal. Äh, Industrievertreter. Hey, da bin ja ich. Oh, oh. Das tat weh. Kann ich aber auch. Schau mal. Bam. Oh, sogar One-Hit. Gibt das viele Erfahrungspunkte? Äh. 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 Das bin ich. Ein Wassertrog. Ein Schlamus. Ach so. Es heißt rückwärts auch Giraffarich. Ach so. Ah, da bin ich aber auch ein Dummerchen. Weißen Bau. Vielen Dank für 14 Monate. Dankeschön. Oh, wer ist das? Ja, Pokédex. Ja. Mein Name ist... Aha. 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 Safari-Zone. Gibt es eine Safari-Zone? War die nicht immer geschlossen? Die ist neu. Hi. Ich hab nie verstanden, warum die zu war in... Äh, in... Silber und Gold. Das hab ich nie kapiert, warum die zu war. Ich fand das... Ich fand das immer sehr weird. Zu wenig Speicher. Ach. Da wär doch bestimmt noch ein bisschen Platz gewesen. Fall schon mal aus. In einem Käfer-Turnier. Hm. Sie hätten nicht genug Speicher. Tja, hätten sie mal die ganzen schlechten Pokémon einfach weglassen sollen. Ah. 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 Arctos ist super. Arctos, das war der Gegenspieler von Tapaluga. Bei Tapaluga-TV. Ich wollte noch mit einem Flashback sein, dieses doofes Eisschollenspiel. Ah. Gute Nacht, Moon-Will. Gute Nacht, Moon-Will. Läuterfeuer. Oh, oh. Ich glaub, das war's mit Avalarion. Nee, Avalarion hat natürlich überlebt. Ich hab nie daran gezweifelt. Ich wollte nie Erwachsen sein. Hab mich immer zu mir gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein. Mein Name ist Meta-Paffei. Das ist doch das Lied von Herbert Krönebeier. Nee, der hat mit in Titanic gespielt. Also das Film mit dem Boot oder so. Das kleine Schwarze. Nein, der kleine mit der Warze. Okay, der ist funny. So, Avalarion, noch ein Level. Jetzt haben wir dich doch trainiert irgendwie. Noch ein Level. Mal gucken, was du drauf hast. Let's go. Wehe, das wird irgendwas Furchtbares. Dann haben wir hier 35 Level reingesteckt. Und alle anderen Pokémon derzeit absolut vernachlässigt. Das ist halt ein Raupi. Ach, mit einem Raupi komm ich klar, glaube ich. Komm ich an das Item da ran? Ach, mit Kraxler, ne? Hey, guck mich an. Manager Daniel. Oh, guck mal, ein Starter. Das ist doch ungewöhnlich. Wie viele Pokémon gab es in der vierten Generation? Ich frage für einen Freund. Eins bis zwei. Knapp 500. Ja, man merkt's. Man merkt. Man merkt richtig, wie... Wie der Rando da einen Fick drauf gibt. Äh. Wir haben, glaube ich, auch noch zwei Starter in der Box, oder? Hatten wir nicht noch zwei Starter in der Box, oder so? Oh, Blitz! Nice. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Slug oder nur random? Nur random. Also ich bin zwar bekloppt, aber nicht so bekloppt. Okay, Avalarion. Jetzt aber. Ich glaub dran, dass du was richtig krasses jetzt wirst. Komm schon, bitte. Bitte. Bitte hat sich die Zeit gelohnt. Oh mein Gott! Yes! 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 Avalarion, einfach der fucking MVP. Was bist du für ein Typ? Nice! Es hat sich einfach gelohnt. Feuerflug. Nice! Erhalten mit Level 2 möchte ich mal anmerken, ne? Möchte ich also... So, als nächstes trainieren war dann Samul. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nice. Das heißt, Avalarion ist schon mal fester Bestandteil des Teams. Herzlichen Glückwunsch, Avalarion. Herzlichen Glückwunsch. So, schauen wir mal, ob Samul das gleiche Schicksal erheilt. Oder ob er auf der Bank landet. Wie im Sportunterricht. Ähm, mach ich. Kanto. Ähm, das entscheide ich spontan. Wenn wir noch genug Pokémon in der, in der, in der Box haben, wo ich mir denke, das könnte sich lohnen, die zu entwickeln, ähm, dann machen wir vielleicht Kanto noch mit. Au. Och, das ist nicht effektiv. Das Problem ist, Samul kann halt auch aktuell keine guten Attacken, ne? Das ist halt echt ein Riesenproblem. Ich setz mal Avalarion ein. Mal gucken, was es kann. Ah, ist so knuffig. Ist so knuffig. Jetzt, also noch cooler wäre es natürlich, wenn Avalarion Shiny wäre, aber man kann nicht alles haben. Kann nicht alles haben. Samul erlernt kein Brüller. Nein. Nee. Olivianer City. Nice. Ach, der schon wieder? Mhm. Mache ich heute noch länger. Also normalerweise streamen wir so bis zwölf. Meistens. Manchmal ein bisschen länger. Äh, das ist übrigens nicht das Pokémon Center. Also ja, ein bisschen werden wir noch streamen. Ja, ich habe halt ein Auge für sowas, Dark. Ich sehe sowas sofort. So, dann gehen wir mal in den Leuchtturm. Da warten doch bestimmt ein paar Träner auf uns, oder? Was warst du noch mal? Äh. Gute Frage. Was war Lavita noch mal? Ein Lavita? Blitztafel. Jetzt brauchen wir nur noch ein Arceus. Ich weiß es nicht mehr, was was du warst, Lavita. Ich weiß es doch nicht mehr. Ja, Chat ist wie immer super hilfreich. Hilfreich ist das Chat EU-West. Ja, wir sind hier nicht auf dem Spielplatz. Strongman Donner. Okay. Level 30, habt ihr gesagt, entwickelt sich Volto Ball. Ach, ist schon wieder nicht effektiv. Haaah. So macht das doch keinen Spaß. So ist das doch voll. So stinkt das doch. Na toll. Donauwelle. Los da, Wons. Regel mal hier ein bisschen. Carry mal die Scheiße hier weg. Oh komm, das ist doch jetzt Quatsch. Das ist, also das ist jetzt Quatsch. Und ihr so, Chat? Und ihr so, Chat? So, wir können schon wieder zurück zum Pokémon Center. Deine Mutter ruft an. Ach, die will mir eh nur sagen, dass ihr wieder mein Geld ausgegeben hat. Schlimm, schlimm. So, Samuel. Zeig mal, was du drauf hast jetzt hier. Zeig mal, aus welchem Pokéball du beschnitzt bist. Hey, guck mal. Unser Maskottchen-Pokémon. Ach so, auch wieder nicht. Warum bist du nie irgendwas effektiv? Ah. Meine Fresse. Hi, Gate. Was geht? Was geht? Für Bidifas wechsle ich jetzt nicht ein, ey. Gibt doch wahrscheinlich kaum Erfahrung, oder? Ja. Das hat sich nicht gelohnt. Erste Arbeitszeit erledigt. Ja, bei mir auch. Hab den auch gut rumgebracht. Und morgen direkt Homeoffice. Direkt am ersten Tag. Okay, Leute, es war schön. Ich will euch jetzt erstmal nicht mehr sehen. Tschüss. Ich hoffe, dass ich jetzt mal eine Flugattacke hier Schaden macht. Äh. cool. Nee, ich freu mich. Ich freu mich. Samuel trainiert macht gerade richtig Spaß. Ja, ich hab meinen Urlaub dieses Jahr zum ersten Mal nach so Empfehlungen. Empfehlungen aus dem Internet geplant. Kennt ihr diese, diese Empfehlung, wo dann steht, so musst du deine Urlaubstage legen, damit du die, äh, äh, am meisten Urlaubstage am Stück hast. So hab ich zum ersten Mal jetzt meinen Urlaub geplant. Einfach nach dieser Liste. Einfach so eingeplant, wie es in dieser Liste stand. Fertig. Da bin ich mal gespannt, ob ich mich dann dieses Jahr erholter fühle. I don't know. Weil mir ist eh meistens egal, wann ich Urlaub hab. Überrascht mich eh. Ich guck so in meinen Kalender. Ach, ich hab nächste Woche Urlaub. Das ist ja schön. Los, Hyperstrahl. Let's go. Urlaubsrando, ja. Ich hab mir auch überlegt, einfach jeden Freitag freizunehmen. Ist auch ein cooles Konzept. Ja. I don't know. Warum hat denn der so viel Pokémon hier? Ich mein, wir könnten ja auch zeitgleich mal probieren, jetzt immer Noah in den Kampf zu schicken. Vielleicht reißt das ja was hier. 60 Tage Urlaub. Ah, komm schon. 60 Tage Urlaub. Das würde ich nehmen, ja. Ja. Wow, das hat sich richtig gelohnt, diese Erfahrungspunkte von Nidoran. Richtig krass. Bin ja geradezu begeistert. Schicken wir mal Avalarion in den Kampf. Avalarion carry jetzt ein bisschen hier. Wie ist so in der Animation die Beine hochhebt? Ich bin so knuffig. Ich bin so knuffig. Ein Du-Floor. Du-Floor, Du-Floor. Also mit, also Du-Floor wäre blöd, aber mit Gifloor, Gifloor würde ich mich freuen. Gifloor finde ich auch ein sehr unterschätztes Pokémon, muss ich sagen. Gifloor, meiner Meinung nach sehr unterschätzt. Vor allem ist er brennbar, ja. Das stimmt. Das stimmt. Bayern brezelt halt auch zu mich rein. Level 20. Sehr schön. So, das war ein relativ harter Kampf, fand ich gerade. Wirklich gerne nochmal zurück zum Pokémon Center. Oh, der Gifteffekt ist so schön. Oh, oh, ja, oh. Dieses Gift bringt mich um. Oh, das ist immer nur, weil es tot. Dead. Hi, Aljoscha. Bum, bum, bum. Gift macht nur bis ein HP runter? Seit wann? Was sind denn das für neumodische Mechaniken? Das ist nicht mehr mein Pokémon. Früher war das alles besser. Früher war mehr Lametta. Strongman Lawrence. Oh, ein Purenta. Ja, in der Nasslock hat man geweint. Wenn man kein... Wenn man kein Gegengift dabei hatte. Da schaffe ich die Schritte noch bis zum Pokémon Center. Oh mein Gott, wir machen endlich mal Schaden. Oh, es ist so schön. Da marsch, da marsch. Perfekt. Okay, Samuel, noch zwei Level. Noch zwei Level. Ja, Mutter, später. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Hier hast du eine leckere Porenta. Hm. Schmackofatz. Oh. Wir machen nochmal Schaden. Zweimal hintereinander. Das ist krass. So, was haben wir hier? Fruchschlag. Braucht kein Mensch. Weil wir es schon haben. Nassi spielt Pokémon? Nee. Das ist Digimon. Oder war es Monster Ranger? Ich weiß... Ich weiß es nicht. Hightaria. Dab, dab, dab. Manager Donner. Schon wieder? Wie viele Donners es hier gibt? Ein fliegendes Caputo. Es ist ein Alien. Es ist eine Headcrap aus Half-Life. Oh Gott. Dona-Wetter. Okay, was ist das? Caputo zieht seinen Kopf ein. Wie genau macht Caputo das? Oh, ein Goalbart. Da trauere ich immer noch dem Sprite aus Gen 1 nach mit der langen Zunge. Ich fand so viele Sprites in Generation 1 so viel cooler. Fat Pikachu, Goalbart mit der Zunge. Missing No. Ihr wisst, was ich meine. Was macht der überhaupt? Warum macht da Eroass so wenig Schaden? Ist da Eroass von irgendeinem Wert abhängig, das bei Voltoball einfach sauniedrig ist? Nein. Warum macht das dann so wenig Schaden? Wenn ich in Generation 3 gegen dieses Flug-Pokémon in der Baum-Arena gekämpft habe, da wurde ich immer vernichtet. Es gibt für Feuerrot ein Blattgrünes Sprite-Mod, die die Original-Sprites koloriert da einfügt. Ja gut, aber wie sehen dann die anderen Sprites aus? Von den neuen Pokémon. Weil ich hätte ganz gern mal einen Rom-Hack für, was weiß ich, für Smaragd oder auch für HeartGold, SoulSilver. Dass die Sprites angelehnt sind an Generation 1. Aber halt alle Sprites, auch von den neuen Pokémon. So was hätte ich gern. So ein Rom-Hack mit den Sprites von damals. So angelehnt. Gibt es ja Fan-Made einen Haufen Sprites. Würde ich feiern. Ich bin halt auch der Meinung, Pokémon hätte nie von diesem Pixel-Art weggehen dürfen. Ich finde, wahnsinnig viele Pokémon haben in dieser 3D-Ansicht, in den neueren Pokémon-Editionen, wahnsinnig viel von ihrer Ästhetik verloren. Weil halt viele Details durch die Pixel-Optik sehr gut rüberkamen. Und jetzt, wo sie 3D sind, halt alle sehr flach aussehen. Die hätte man vielleicht irgendwie anders designen müssen. Mit anderen Art von Details. Vielleicht mit mehr Struktur auch in den Sachen. Aber ich finde, die haben sehr, sehr viel von ihrer... Von ihrer... ...Dingsbums verloren. Da kommt ein Raid. Ich drehe mal die Gitarre lauter. Und ihr sagt mir, ob die jetzt besser zu hören ist, ja? Also, das ist noch auf Mute. Moment. Gut zu hören oder muss noch lauter? Hallo, ihr Nasen. Sag mal, soll's noch etwas lauter? Hört ihr die gerade nur über mein Mikro? Nee, kann das nicht sein. Warte mal. Was ist das mal? Nur über mein Mikro. Wartet mal. Oh. Ah. Das ergibt Sinn. Sag mal, wie ist es jetzt? Klingt es gut oder muss es leiser oder lauter? Es ist perfekt. Es ist perfekt, sagt der Chat. Das ist nett. Ziemlich fett. Hallo Leute, liebe Raider. Wir spielen grad Pokémon. Und Deda, los. Du bist noch immer im Team. Ich glaub, du bist grad ein ziemlich cooles Pokémon Schnabendidab, schnubendidub Musik Love of mine, someday you will die but a close behind I'll follow you into the dark, no blinding lights Tunnels to gates of white, just our hands clapped so tight Waiting you in of a spark If heaven and hell decide that they both are satisfied Illuminae the nose on their vacancy signs Stares no one beside you when your soul embarks Then I'll follow you into the dark Okay Ja, die Gitarre war einfach nur auf der falschen Tonspur hier grad, die ganze Zeit Da hat mal so eine Papp, da hat so irgendwas falsch eingestellt, schlimm, schlimm Ein wenig eiert die Gitarre, du, du eierst So nämlich, äh, keine Ahnung, kann sein, dass die verstimmt ist, ja Äh, muss ich mal gucken Ich bin jetzt froh, dass ihr die Gitarre zumindest mal, äh, gehört habt Das, das war schon mal Schritt 1 Aber danke für den Hinweis, Aliosha, dankeschön Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream, Daedalus Wir spielen grad Pokémon Rando Und wir haben, wir haben gerade Avalarion durch, glaub ich, es waren sieben oder acht Entwicklungen Hat sich Avalarion in ein Miu entwickelt Und jetzt versuchen wir, Samuel zu entwickeln Ich hoffe in was Gutes Ich hoffe in was Gutes, ey Starfox Adventure Nein, du Miesel Bitte nicht Ich hoffe in was Gutes So Was hast du denn? Manager Marshal Ui, guck mal, ein Starter Das ist ja toll Das ist ja, das ist ja, das ist ja mal was Neues Ja, welch Au, ich glaub, das war's für Samuel, ja Oh Gott, scheiße It's a hot chicken Guck mal, Knochenmarran kann ich auch Guckst du, ne? Meiner ist nur stärker Okay, wenn wir jetzt gerade schon hier oben sind Jetzt laufe ich nicht nochmal runter Ähm Daedalus war Level 30 auch, sagtet ihr, ne? Das ist so hochlevelig, ne? Pfff, okay Trainieren wir mal Daedalus Oh, guck mal, ein Elektroball Es wäre schon funny, wenn sich Voltoball in Elektroball entwickelt Also das, das, das wäre funny Hatten wir eine Vanilla-Entwicklung? Ich glaub noch nicht Eine Vanilla-Entwicklung hatten wir, glaub ich, noch nicht Ein Smaragd-Rendo Ich hab den Smaragd-Rendo verdrängt Ich weiß nicht mehr, was ein Smaragd-Rendo war Beim Rendo muss ich halt auch zugeben Da hab ich gemerkt, dass ich Smaragd Rückwirkend gar nicht mehr so gut fand Ich weiß nicht Ich, ich fand, Smaragd hat sich ziemlich gezogen Da find ich jetzt Hard-Goal, äh, Soul-Silver hier viel besser Hat bis auf die Level-Kurve Find ich ein viel besseres Pacing Ja, ich mag halt auch den Art-Style Von Smaragd nicht so gerne Ich bin kein Fan des Art-Styles von Rubin, Saphir und Smaragd Vielleicht muss ich da auch mal die Remakes spielen Die hab ich mir ja auch extra gekauft Die hab ich mir ja auch extra gekauft Alpha-Rubin und Omega oder sowas, ne? Irgendwie so Die hab ich mir ja auch extra gekauft Falls wir die mal ausprobieren wollen Die waren Gott sei Dank noch relativ günstig Die hab ich jeweils für 30 Euro noch bekommen Machtkette Was ist Machtkette? Was macht Machtkette? Modulesen Ich lese doch nix Ähm Wo kriege ich in der Edition Surfer her? Wo gibt's denn hier Surfer? Wer hat denn hier Surfer? Im Original, da hast du's von diesen Geishas bekommen Bekomm ich's von den Geishas da auch? Von den Kimono Girls da? Dann holen wir uns mal ganz kurz Surfer Nice Let's go Geishas, Kimono Alles dasselbe Lavita sagt, das ist in SoulSilver anders? Moment Hat Chat mal wieder keine Ahnung? Wait a minute Wenn das nicht die perfekte Welle ist Ah, das ist die perfekte Welle Ah ja, Antique City hat scheinbar Okay, auf nach Teak City Ähm Aber wir machen Samuel nochmal nach vorne Und gucken mal Ob sich Samuel zu was tolles weiterentwickelt Ich bin schon richtig gespannt Ja Aber ich muss sagen So vom Gameplay her Ich weiß nicht Ob's meine Nostalgie besiegen wird Aber ich find SoulSilver Gerade jetzt Jetzt Im Moment Jetzt gerade Die bisher beste Edition Die ich gespielt hab Muss ich sagen So Au Auf den riesiger Pocken mal hinterher Da muss ich schon sagen Gefällt mir sehr sehr gut Hi Kollege So und Surfer Da wir im Rando hier eingestellt haben Dass VMs Jedes Pokémon lernen kann Können wir jetzt allen Pokémon beibringen Dann kann einfach jeder Surfer Das ist eine gute Attacke, find ich Hast du Surfer? Oh Was ist denn da los? Leg mal einen ansteckenden Hula aufs Parkett Das ist voll der krasse Dancer Boy Ey Ja, ja, ja Ich rette Ich mach ja schon Furchtbar Hi Chris Stimmt Ich kann Gengar Ich kann davon einen Surfer beibringen Oh wei Oh wei Oh wei Oh wei Oh wei Oh wei ein rocke trübel Oh nein der teuflische plan Tada Cool wir haben surfer Aber stärke kriegen wir auch in oliviana city So wie im original oder ist es auch woanders Bambambadabam Hallo wir machen alle deine pokemon wieder fit Auf der insel gibt es jetzt stärke Okay Bambambambambmm Bambambambi ein botuch schon wieder das hat immer noch keine entwicklung bekommen nach allen jahren glaube ich botuch entwickelt sich zu weihnachtsmann gleich sind wir soweit drwurstpeter dir auch frohes neues grüß dich wie geht es dir let's go first try ich sag's euch schade es hätte ja auch klappen können mir geht's dir wurstpeter bist du gut reingekommen ja dass das nicht im ball geblieben ist das war ja total überrascht ja ganz gut also silvester stream war nice damit ein pokémon rando angefangen und er hat mir so viel spaß gemacht dass ich gesagt habe ein spiel mal durch so sammeln hat sich die zeit gelohnt man entwickelt sich rettern man entwickelt sich rettern furchtbar feuerunlicht entwicklung ist es 22 also noch genau also wieder ein level ab muss ich dir das rettern rückwärts motor heißt samuel du musst dich jetzt ein bisschen mehr anstrengen was ist denn alles randomized äh attacken entwicklungen items die ich finde typen das er vergessen fans sind nicht ne ne ich habe kein also die die items die man story mäßig bekommt die sind nicht randomized da bin ich nicht so der fan von in pokémon warum heißt das rettern nicht es anpappen das weiß ich jetzt auch nicht ja mutter wir haben keine zeit gerade müssen müssen rettern leveln was war samuel am anfang ich habe schon wieder vergessen samuel waren parras ne waren parras dann voltoball jetzt ist ein rettern eieieieieiei furchtbar furchtbar also also samuel du musst jetzt mindestens ein achäus werden ja mindestens bei v x y c hallüchen let's go samuel ich will dein finale weg haben da das finale was ich sowieso nie einsetze weg damit samuel keine surfer ach die kampfzone ne dat dat will ich nicht ok ich weiß zwar nicht wie wir auf diesem rettern schwimmen aber das wird schon passen ist halt ne wasserschlange ist er wassersnack ok proka veronica guck mal ein starter ist das ein pflanzen pokémon ich bin mir gerade nicht sicher hey pingu not not ok sind hier hier die ok dann bin ich verwirrt was für ein typ ist ja dann bin ich jetzt verwirrt ach komm ach komm ach komm skaraborn auch eins meiner lieblings pokémon braucht hier mal sehr gerne skaraborn ich bin gern zwei ok es ist boden pokémon what so jetzt samuel jetzt komm schon samuel was gehen wir hier das team rocket team durch als nächstes smogon furchtbar man entwickelt sich mauzi 28 gesteins mauzi ja smogon wohin genau kitzitzitzitz kann 뭐야 gibt es noch nicht ein ohmud Jurpl Then Samuel rückwärts heißt ja auch Mautzi. Ist das so? Ja, Schleimorg, Sazenia, ich bringe einfach alles durch hier. Fucking Mautzi, ey. Ich werd ja nicht mehr. Doppelteam. Samuel ist einfach gut gelaunt. Ja, entwickel dich lieber mal in was Gutes, sonst landest du auf der Box. Dann sehen wir, wie es deiner guten Laune geht. Hi. Steig dich an, Samul. Was war Areodactyl nochmal für ein Typ? Ah, okay. Server ist stark, also wahrscheinlich Feuer. Okay, drei Pokémon. Oh, guck mal, Starter. SS. Nein! Samul! Samul dead. Das war dumm. Egal, kriegt aber uns mal wieder ein paar Level. Schadet auch nicht. Schluck weg. Schluck weg die Scheiße. He died in a horrible die. Ab wann kann ich hier in der Edition eigentlich Sonderbonbons verdoppeln? Ab wann geht das hier? Gar nicht. Oh. Das hat Screen abgeschnitten. Ja, das Fenster ist nicht ganz plan. Da unten passiert aber eh nichts Interessantes. I don't care. Willst du mich bitte fliehen lassen? Wieso was? Dann hau ich dir halt in die Schnauze. Okay, vielleicht haut der auch mir auf die Schnauze. Das, das kann auch sein. Erstmal leckeres Milchgetränk. Yum, 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 yum. Würde ich mir später auch noch gönnen. Milch mit Keksen. Leckere Schokokeks. Mit Schoko. Und viel Kekse. Nicht die Milchgeschichte. Oh. Woher bist du denn die Weihnachtsnase? Stream mit Dennis? Ich erinnere mich an kein Stream mit Dennis. Was? Das musst du dir eingebildet haben. Da war nichts, da war nichts los. Ich erinnere mich an kein Stream, der irgendwie besonders gewesen wäre. Was? Alles ganz normale Streams. Gibt's hier im Wasser eigentlich nur Areodactyls? Kommt's grad so vor. Lop. Okay. Gleich haben wir das Level ab. Wir, Samuel. Samuel. Wir. 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 Hype Gleich wissen was Und es ist Pasha, bitte was Gutes Nein Es never ends Scheiße Samul Was tust du Normal Gifts Okay Samul Dann trainieren wir dich halt weiter Mir doch egal Zieh ihn durch Oh mein Gott Ein Hut Gute Nacht Danke fürs Mal dabei sein Oh cool Zubat Oh ich freu mich so Ich bin so begeistert Ich werde zwei Mons so hart überleveln Welche denn Ich meine aber Larion ist Level 35 Das ist aber nicht so viel Oder Ist das viel I don't know Ja der Wons ist aber auch schon Level 27 Oder so Und daher So groß ist der Abstand Da jetzt auch nicht Und wir können hier ja Sehr gut trainieren Mit den Areodactyls Nein Mutter Wir schwimmen grad Epic Groovy Hier auch noch Frohes Neues Rocker Oh Alter der einfach Sechs Pokémon What the fuck Oh man da ist so viel Pokémon Wahrscheinlich Eigentlich alles Kapador Alles Kapador Norman Skyfall Ist 34 Aber Stahlos war doch 37 Oder Täusche ich mich da gerade Ich hab irgendwie im Kopf Dass 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 Stahlos 37 war Oder bin ich da jetzt falsch 35 nur Oh ist nicht effektiv Schlecht Luftstoß vielleicht Ich glaub Samuel stirbt Jetzt Dead Los da Wons Rein da Nein nicht Milchgetränk Nice Guck mal da Urteils Was für ein Ding Urteilskraft Wait a minute Ist das Ist das Arceus Ich mein ich hab Ein paar Tafeln I guess I guess Ich hab ein paar Tafeln Schon gefunden Why not Da Wons Da Wons Ist jetzt offiziell Arceus Ne Hyperstrahl ist geil Ich verlerne doch nicht Hyperstrahl Ich verlerne doch nicht Hyperstrahl Der ist doch Hyper Der ist hyper gut Steck dir schon im Namen Hyperstrahl Wenn der Strahl Nicht so gut wäre Dann wäre der Einigermaßen Normalstrahl Das gibt ja gar Kein Sinn La Vita Wat Wat Ein Raiquatzer Da Wons Schafft das Ich glaub an das Ich find Raiquatzer Shiny Mega geil Raiquatzer Shiny Heide Simon Ja okay Wie oft willst du Angreifen Ja fünfmal Erg mich doch So pass mal auf Ich mache Hyperstrahl Pass auf Bam Der macht Bam Bam Oh guck mal Er hat ein Raiquatzer Einzigartiges Pokémon Einzigartiges Einzigartiges Am Arsch Ach es sind Zwillinge So so Schauen wir mal Die gerade Alle Attacken Die Ach egal Nice So Achtung Warte mal Ich will mal Schutz aktivieren Damit ich zurück Zum Pokémon Center Kann Hatte ich nicht Schutz Ja Nice So So Also, Ziel ist immer noch. Er kennt das Ziel. Let's go. Okay, es gibt keine Pokémon mehr. Doch, vielleicht doch. So, Samul. Zeig, was du drauf hast. Nicht drauf gehen, was du drauf hast. Oh Gott, das ist halt auch so schwach, ne? Wir sind einfach 10 Level drüber. Und es macht keinen Schaden. Nice. Okay, komm schon, reicht das? Das reicht. Yes. Käfergebrumm. Käfergebrumm schon wieder. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. I don't know. Ich kenn mich doch nicht aus, Leute. Ich mach nach Bauchgefühl. Oh. Really? Immerhin Elektric. Es hätte schlechter kommen können. Können wir Elektric nicht sogar weiterentwickeln? Warte mal. Elektric hatte doch eine Weiterentwicklung. Was brauchen wir denn dafür? Wo kriegt man denn Stromisierer irgendwo gesichert her? Feuer Psycho Also ich bin relativ zufrieden, muss ich sagen Ist das nicht mein Lieblings-Pokémon so? Hätte mir lieber ein Sichtlore gewünscht, aber Electra jetzt bleibt wahrscheinlich Ich lass es mal im Team, glaube ich Als nächstes ist Simanova dran Azurier-Höhle Ja, aber ist ja randomized Also Genau Außer man kriegt es von einem NPC Dann nicht Ähm Das ist jetzt interessant Das ist interessant Hier gibt es einfach fucking Ninja Turms Hi Holy Thunder Ja Ninja Turm ist das Ist der Jesus der Pokémon Monster Schau nicht auf dem Ninja Turms Autsch Der Flammenwurf ist nicht so geil Hyperstrahl vielleicht Weil Hyperstrahl ist ja Hyper Ach komm jetzt Ach komm Da ist doch gar nichts mehr Die Leiste hat doch keine Pixel mehr Das ist gelogen Das Spiel lüge ich mal wieder Ein lügendes Lügenspiel Das Lügen tut Und dann hat es auch noch kaum Erfahrungspunkte gegeben Ah ich wollte doch noch Gegen den Trainer kämpfen Hier Hallo Schon wieder abgelenkt Hier Ein Kuschela 30 entwickelt sich MagB 30 habt ihr gesagt Ich erinnere mich an früher Da wusste ich so eine Scheiße Einfach auswendig Furchtbar Willkommen in meiner Welt Wir leben hier In der Pokémon Welt Pokémon Hi Stone Ich bin ja gespannt Was wir anstelle von Von Lugia Und Hoho Bekommen Weil ich hab so eingestellt Dass Legendaries Gegen ein anders Legendary Ausgetauscht werden Also da bin ich ja mal Gespannt Wollte überbackene Pommes Machen Nun hab ich Käse Mit ein paar Pommes drin Stone ist Ja doch schon Stammzuschauer Würde ich sagen Würde ich schon sagen Stone ist sehr oft hier Weil ich bin ja Ich bin ja mittlerweile Fame Da bin ich auch einfach mal Der eingebildete Hase Aha Ja dann sagen wir mal Hartwig Hallo Hallo Hartwig Ja ich bin schon ganz oben Ja wo ist Peter Lass uns mal Ich hab's letztens schon gesagt Vor Silvester Aber ich weiß nicht Ob es da unter ging Lass uns mal Demnächst was zusammen machen Ich hab Bock Rich Kid Joe Schon eine konkrete Idee Was Kennst du Gothic Ja Ja tatsächlich hab ich schon Eine Idee Oh ne ne Idee Oh ne ne Bitte Ich hab noch diese Ich hab noch diese alten Die waren toll, die Power of Chaos-Reihe. Die war super. Ah, Yugi-Boy. Das war schon sehr großartig. Mach einfach weiter und lege diese Karte verdecken. Kleiner Tipp, passt besser auf, denn das hier ist eine Falle. Ich weiß noch früher, wie ich immer gerne Yugi-Yu gespielt habe. Ich habe am liebsten Fallendecks gespielt von Odeon, weil ich das in der Serie so geil fand. Und diese Fallendecks haben nie funktioniert, weil die halt im echten Spiel furchtbar waren. Aber ich fand es trotzdem cool. Ja, mich hat halt Yugi-Yu irgendwann mit dem Pendelmonster verloren und mit den Link-Karten hatte es mich wieder, bis sie wieder die Regeln von den Link-Karten verändert haben. Dann fand ich es nicht mehr gut. Ich mochte diese Link-Funktion. Hi, Farin. Aber die wurde ja wieder abgeändert, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Irgendwas haben sie geändert, dass ich sie nicht mehr so cool fand. Ich glaube, es war eine Zeit lang, dass du Link-Monster brauchtest, um irgendwas zu beschwören. Und dann brauchtest du sie plötzlich wieder nicht mehr. Ne, Synchro fand ich geil. Synchro fand ich geil. Synchro mochte ich. Ich mochte auch XYZ, diese XYZ. Fand ich auch mega. Hier hat mir auch viel Spaß gemacht. Link-Funktion. Nur Pendel fand ich scheiße. Und eben dann, dass sie Link wieder abgeändert haben. Das fand ich auch doof. Es gibt aktuell ein brauchbares Fallendeck. Wie viel Geld? How much is the fish? Ja, Link war erzwungen, aber das fand ich geil, weil es hat diese absurde Schnelligkeit, die Yu-Gi-Oh! hatte, mit ich beschwöre jetzt 200 Monster auf einmal, das hat das wieder rausgenommen und das Spiel ein bisschen langsamer gemacht. Und das fand ich geil bei der Link-Beschwörung. Dass du nicht einfach wieder 200 Monster auf einmal beschwören konntest. Und das fand ich geil bei der Link-Beschwörung. So, 700 Euro? Also, Lavita, das ist doch nicht viel. Das ist doch nur eine Sub-Bombe von Tigerkriegern. Danke nochmal für die großzügige Unterstützung, Jet. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Abgehoben. Die haben aber auch alle Decks kaputt gemacht, die mehr als einen Monster vom Extra-Deck haben wollten. Weiß ich nicht. Ich habe, als Link rauskam, habe ich sehr gerne Cyberdrachen gespielt. Und ich fand, das hat auch super funktioniert. Also, ich fand Cyberdrache hat mit Link sehr gut funktioniert. Da hat es mir wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Nee, aber ich werde mir keine Yu-Gi-Oh-Karten mehr kaufen. Ich habe meine Sammlung. Ich habe irgendwie fünf Alben voll mit Glitzernden. Ich spiele damit sowieso eh nicht, weil keiner in meiner Freundesgruppe spielt. Das heißt, die habe ich, die behalte ich, aber ich kaufe mir keine neuen dazu. Ich weiß nicht. Ich hatte ständig einen Haufen XYZ-Monster draußen. Das war cool. Immer einen Haufen Cyberdrache. Unendlich hieß der, glaube ich. Hat jemand drei Stück draußen. Früher habe ich auch eine Cyberdrache-Harpien-Kombination gespielt. Die hat überraschend gut funktioniert. Cyberdrache-Harpien. Das war geil. Autsch. Nicht abkratzen hier. Ja, mittlerweile... Ich bin halt mittlerweile am Eiser-Kartenspiel hängen geblieben. Ich finde irgendwie das Eiser-Kartenspiel deutlich unterhaltsamer als Yu-Gi-Oh! Oder halt Quent. Hallo, mein Name ist Roy und ich bin Quent-süchtig. Ein bisschen. Also das Eiser-Kartenspiel und Quent bin ich mittlerweile unterhaltsamer als Yu-Gi-Oh! Hallo, Roy! Boah! Magic? Ne, hat mir noch nie gefallen. Mir hat der Art-Style der Karten noch nie zugesagt. Über das Regelwerk habe ich keine Ahnung. Absolut gar nichts. Ich weiß nichts über Magic. Und Zapdos! Das ist ein geiles Pokémon. Aber mich hat... Irgendwie waren die Artwork nie meins. Hat mich nie hucken können. Das finde ich als Yu-Gi-Oh! deutlich cooler. Zum Aussehen her. Und noch cooler ist das Eiser-Kartenspiel. Also... Ich muss auch irgendwann mal mir das Pokémon-Kartenspiel angucken. Mir die Regeln zu dem Spiel noch nie angeguckt. Keine Ahnung, ob das was taugt. Ob das vielleicht sogar Spaß macht. Ich habe nämlich noch ein paar Pokémon-Karten. Pokémon! Ich habe sogar noch einen Klurak. Ich habe sogar noch einen Klurak. Kapsule-Monster-Konsum. Gibt es eigentlich Dungeon-Dies? Diese Abwandlung, die es in der Serie für fünf Folgen gab oder so? Gibt es das auch zu kaufen? Das Yu-Gi-Oh! Dungeon-Dies? Dungeon-Dies-Monster? Das war nämlich auch irgendwie cool in der Serie. Es gab auch... Stimmt, es gab ein GBA-Game. Ja? I remember. Ihr könnt Nasen in seinem lordischen Karten-Flip-Game eh nicht besiegen. Ey, im Karten-Flip-Game bin ich Meister. Karten-Flip-Game hat keiner von euch eine Chance. Ich bin immer noch fassungslos, dass das viele von euch nicht kennen. Dieses Karten-Flip-Spiel. Das ist so weird. Das war der Renner bei uns auf dem Schulhof. Da habe ich so viele Karten verloren. Holy shit. Millionen, sage ich euch. Millionen an Werb ging da verloren. Mit dem Karten-Flip-Spiel. Karten-Flip? Muss ich das jetzt schon wieder erklären? Ich hole mal kurz Karten. Oh, mit. Karten-Flip-Spiel. So. Pokémens! More Pokémens! So, wir machen das mal nicht so mit den teuren Karten vielleicht. Hier, Trainer-Karten. Trainer-Karten sind gut. Wir nehmen die Trainer-Karten. Wir nehmen die Trainer-Karten. Okay, na so, wo wohnst du? So. Wir machen das jetzt ganz, ganz normal. So. Das hier ist Spieler 1. Das hier ist Spieler 2. Von beiden setzt jeweils einer eine Karte. So. Als Einsatz. Und die werden gespielt. Die werden jetzt so übereinander auf den Tisch gelegt. Ja. Und die, die gespielt wird. Und jeder Spieler darf dann abwechselnd mit einer anderen Karte von sich die Karten berühren. Und darf sie so zum Beispiel umflippen. Also mit Geschwindigkeit. So. Wenn sie auf den Tisch legen, ne? Und der, der es schafft, die Karten, dass sie so übereinander legen. Also die obere Karte nach oben und die untere Karte umgedreht. Dass sie so übereinander legen. Welcher Winkel ist völlig egal. Weil, der gewinnt die Karten und dem gehören sie dann. So. Dann hat der die Karte und dann wird wieder die nächste gesetzt. Versteht ihr? Versteht ihr? Versteht ihr? Versteht ihr? Versteht ihr? Und dann gibt es halt auch solche Tricks, wie man die dann durch die Luft fliegen lassen kann und so. Versteht ihr? Und es, es war schlimm auf unserem Schulhof. Also da gab, da sind auch irgendwann, äh, äh, die Eltern eingeschritten. Weil, weil halt einfach viel zu viele Karten verscherbelt wurden. Richtig viele Karten wurden da verscherbelt. Ich glaube, das ist das komplette Base-Set. Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, das ist das komplette Base-Set. Krasse Karotte. Ich weiß gar nicht, dass ich so viele Karten noch habe. Ich habe zum Beispiel auch noch ein paar Sticker-Album von Panini. Ich habe das Dragon Ball Z-Panini-Sticker-Album zweimal voll. Ich habe das zweimal voll, weil ich so viele Sticker gekauft habe, weil mir einer gefehlt hat, ein Sticker. Dass ich so viele zusätzliche Sticker hatte, dass ich einfach ein zweites vollkleben konnte. Und das hatte ich dann auch voll. Furchtbar. Und von Inuyasha habe ich auch voll. Nee, bei uns war das krass mit den Karten. Das war richtig heftig. Da haben halt Kinder ihre, ihre komplette Sammlung teilweise verloren. Weil halt so ein paar Idioten, inklusive mir, das Spiel halt so lange, so oft und so lange trainiert haben, dass sie halt einfach alle anderen abgezogen haben. Aber ich habe auch mal fast alle meine Karten verloren. Da war es schon Yu-Gi-Oh! Ich habe fast an einem Tag, ich hatte so einen schlechten Tag. Ich habe fast alle meine Karten verloren, die ich hatte. Und ich war so pisst. Und am nächsten Tag alle wieder zurückgewonnen. War schöne Zeit. Sehr schöne Zeit. Ähm... 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 Äh... Let's go, Valarion! Unser Englischlehrer hat dazu... Unser Englischlehrer hat das Pokémon immer Meftu genannt. Unser... Unser Englischlehrer. Jetzt muss ich das nochmal betonen. Meftu... 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 Sproars... Schickt mir eine Freundschaftsanfrage. Ablehnen. 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 Hallo! Da wird der On-Stream einfach frech. Ich bin nie frech. Ich war... Ich war... Ich war noch nie frech. Ich bin vielleicht eine Nase. Und vielleicht bin ich auch aus Pappe. Und vielleicht bin ich auch frech. Da liest er einfach DMs vor. Oh no! Mir kann man nicht trauen. Scheiße. Scheiße. Ja, die Gerüchte über Mew 3. Oh mein Gott. Furchtbar. Die standen ja sogar in offiziellen Guides irgendwo drin. Das ist aber nur so halbrichtig. Es gibt ein Video, das das erklärt, dass es auch unter bestimmten Umständen eine Mehrzahl von Fisch gibt. Also Fisches. Also es gibt unter ganz bestimmten Umständen gibt es die Mehrzahl. Da gibt es ein Video auf YouTube. Es geht irgendwie 3-4 Minuten oder so. Fun Facts mit... Nase. Hat der eigentlich nur Legendaries? Fuck. 31, holy shit. Mussten wir aber trotzdem schaffen. Ich weiß leider nicht mehr, was Zapp das für ein Typ war. Unlicht? Ich finde den Unlicht nochmal gut. Käfer? War da nicht mal Elektro? Ja, aber nur in einem frühen Leben. Ganz früher mal. Easy. Ah, guck mal, Sivanoba ist auch schon Level 25. Wuchtschlag. So, so. Und da mal den Faustorden. Tada. Team 01 war das auch einfach Wuchtschlag? Wuchtschlag? Zapp, das ist der gelbe Typ. Ach so. Ah. Ah, hier kriegt man direkt Fliegen. Geil. So, aber wir sind ja eigentlich hier wegen der Medizin, oder? Hat er nicht was? Sollten wir nicht ein Pokémon heilen? Eine Apotheke. Eine Apotheke. Apotheke, B-Potheke, C-Potheke, B-Potheke, Apotheke, C-Potheke. Ein Geheimtrank. Unheilbar sind alle tot. Ich mein, ein Pokémon als Leuchtturm zu missbrauchen ist auch irgendwie ein komischer Take. So, liebes Pokémon, du musst ab jetzt hier immer in diesem Leuchtturm bleiben. Für immer. Tschüss. Danke schön. I guess. Ja, ja, der Bildschirm ist abgeschnitten. Also, der untere. Der passt da nicht ganz rein, aber ich hatte weder Lust noch Zeit, das Layout nochmal anzupassen. Faulnase. Wer kriegt denn jetzt Fliegen? Jeder Lust vielleicht? Ja, definitiv. Hakelsturm vergessen. Ja, im unteren Bildschirm passiert eh nichts Interessantes. Von daher. See if I care. Gab's hier oben nicht noch eine Höhle? War da nicht noch irgendwas Story-Relevantes oder so? Ah, nee, hier geht's zur Safari-Zone. Ha, ich hab schon die Kuhn-Dingsbums. Tschüss. Äh, ha, warum kämpfen wir? Was? Was hab ich verpasst? Hallo, Biker Stacy. Ja, ich hör auf, mich zu wundern, Leute. Ich hör auf, mich zu wundern. Ich glaub, wir hatten jetzt auch alle Regis schon. Glaub ich. Ich glaub, wir hatten mittlerweile alle Regis. Die Regi-Rätsel fand ich geil in der dritten Gen. Die waren richtig cool. Die mochte ich. Da musste man noch das Handbuch benutzen. Das war... Das erforderte Gehirnschmalz. Ich meinte, ja, ja. Gibt's eigentlich ein Studio? Gibt's eigentlich eine Studie darüber? Wie es passieren konnte, dass ich damals ohne Internet und sonstige Kommunikationsmöglichkeiten dieser Missigno-Clitch aus Gen 1 weltweit verbreiten konnte? Was? Wie genau ging das? How did this work? Schulhof-Netzwerk. Oh, so. Das find ich immer noch faszinierend, dass sich das weltweit über Mundpropaganda quasi verteilt hat. Das ist super weird. Ja, aber wer hat das Internet damals wirklich benutzt? Keiner. Und dann nur auf irgendwelchen lustig.de-Seiten rumzusurfen. Ich weiß noch, lustig.de. Gott, was eine Scheißseite. Furchtbar. Die Aufruhe ist neu, Sophie. Oh, ich bin mal gespannt, ob das rote Garados gerandomized ist und ob es dann auch ein Shiny ist. Das wär geil. Ja, wir waren auf einer anderen Webseite in der Schule, aber die sage ich jetzt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch gibt. Los, Daedalus, flieg uns nach... Hier, Dingens. Schla, VZ? Auf XXX... Ja, klar, Tequila-Webseiten, ja. Natürlich. So, ähm, ich guck grad auf die Uhr. Zum Seh des Zorns müssten wir es noch schaffen, oder? Der ist doch hier gleich um die Ecke. Oh, ich könnte auch mal wieder speichern übrigens. Eieiei, wir haben lange nicht gespeichert. Und auch nochmal Quick Save. Strauchler. Blup. Bonk. Oh, das tut mir leid. Seid tapfer und weine nicht. Ah, hier regt man F... Haha, hier regt man... Stärke. Ah. I see. Let's gooo. First try. Ah, schade. Da hab ich noch immer noch einen riesen Respekt vor, ne? Ich hab ja vorhin schon mal von Leos Mind Origin Dex gesprochen. Sein Origin Dex hat zusätzlich die Challenge, alle Pokémon im Pokéball zu fangen. Der hat alle drei Roma in Gold und Silber mit einem fucking Pokéball gefangen. Ah! Äh, das ist auch so... Ja, frohes Neues. Frohe Sunny. Bonk. Aua. Wollendat. Arbeite er mit Manips? Was ist Manips? Und du hast Sunny, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Manipulation, ne. Ohne. Er hat ein Video dazu gemacht auf seinem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch angucken. Ist super spannend. Ach, Funkelstein. Das ist fast ein Plattstein. Aber halt auch nur fast. Ach, scheiße. Ich hab vergessen, die Medizin abzugeben. Ah! Scheiße. Ähm, egal. Machen wir später. Warum surfen wir auf einem Elektro-Dingsbums? Naja, das Elektro-Dingsbums hat, äh, quasi einen Motor, weil es elektrisch ist. Deswegen fährt das auf dem Wasser. Jaja. Ergibt schon Sinn, ne? War in den Höhlen hier eigentlich irgendwas Interessantes? Buh-du-du-du-bum. Oh, eh so. Wir müssen öfters mal Rando-Zeug machen. Warum? Also ja, aber warum? Ah, können wir eh so nicht tauschen. Ja, äh, äh, dieser Sam, also jetzt nicht das Pokémon, sondern Nutzer aus dem World of Gothic Forum, hat schon angekündigt, im neuen Jahr eine neue Version vom Gothic 2 Randomizer rauszubringen. Just saying. Was macht der? Der, der, der random-meist. Ich hoffe, ich konnte hilflich sein. Äh, du kannst alles einstellen. Du kannst Gegner random-meißen, du kannst Items random-meißen, du kannst Rüstungen random-meißen, Waffen random-meißen, alles, alles, everything. Nur Quests, glaube ich, nicht. Quests gehen noch nicht. Wobei, das ist auch funny, wäre. Quests random-meißen. Ich wurde bestohlen. Von wem denn? Der Paladin-Garond. Äh, was? Ja, ja, der Paladin-Garond. Siege den Schläfer. Das will ich sogar hinkriegen. Das ist nicht so schwer. Das macht man im Any-Percent-Speedrun. Super easy. Alter, wie stark. Okay. Stark Bayern immer noch ist, obwohl er nur Level 20 ist. Die fixe Version von der Switch. Da ist es ja noch einfacher. Da ist es ja noch einfacher auf der Switch. Weil der, weil der letzte Schamane auch mit Untote vernichten getötet werden kann. Rumpfkarte. Ich spiele Topf der Gier. Oder so. Was ist das für ein Ding? Chel-Chararien? Ach, das Viech. Ja. Ganz nett. Ist übrigens ein Starter. Ich habe mich für den Follow von Sophie bedankt. Danke doch mal. Richtig. Gute Nacht, Bayern. Ich darf schön. Können wir jetzt schon zum See des Zorns eigentlich? Oder hält uns da irgendwas auf? Mit Banditenrüstung kann man beim Schwarzmager seinen Dialog umgehen. Oh. Was hat das für Auswirkungen? Das könnte für den, für den, für den Pacifist Run ganz interessant sein. Kommt ins Iceberg-Video. Äh, was? Schau mir zum zweiten Mal den Gothic-Iceberg von dir an. Hast du dir mal überlegt, wie es zu einem Absturz nach Gothic 2 kam? Äh, ja gut, viele der Entwickler sind ja, sind ja weggegangen. Viele der, der Grundentwickler von Gothic 1. Der, der Hauptanteil, der das noch zusammengehalten hat, war meiner Meinung nach Mike Hoge. Aber der hatte ja auch gefühlt, wenn man so Entwickler-Interviews durchgeht, hatte der auch immer weniger zu sagen. Bei Gothic 3 wollten sie auch zusätzlich viel zu viel. Sie hätten sich auf Mythana beschränken sollen und gut ist. Gothic, dass Gothic 3 überhaupt rausgekommen ist, mit einem 20-Mann-Team, ist sowieso immer noch völlig absurd. Völlig absurd, dass das überhaupt rausgekommen ist. Ja, Warando Nord mal einfach als DLC, verhält sich als Addon. Rückblickend wäre das smart gewesen, tatsächlich. Hey, guck mal, ein Starter, das ist ja eine Überraschung. Ach, Mom, was willst du denn? So, liebe Leute, wir machen dann aber Schluss für heute, weil ich habe heute Nacht nur drei Stunden geschlafen und ich bin langsam echt K.O. Wir machen dann morgen weiter. Morgen werden wir zumindest Joto durchspielen, denke ich. Ähm, und ja, mal gucken. Und morgen werden wir, denke ich, Joto durchspielen. Ob wir dann Kanto machen, wird sich zeigen. Ähm, guck gerade. Ich schicke euch zum lieben Wirt rüber. Der streamt gerade noch. Wie immer 1930 Stone, wie immer. Ich schicke euch zum Wirt rüber. Oder schicke ihm nasige Grüße. Und dann sehen wir uns morgen 19.30 Uhr. Ja, und aber gute Nacht. Äh, Schüssikowski. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020